Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB-Radio. Bei mir ist Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, Martin Rütter. Wir haben ja gesagt, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen hier im Studio. Unsere letzte Verabredung fand leider nicht statt, da kam Corona dazwischen. Erst bei dir, dann bei mir. Wir haben uns quasi virtuell angesteckt. Ja, wie geht das? Ja, wenn man mental so verbunden ist, dann kann das schon mal passieren. Es ist schön. Du hast, und das habe ich sehr genossen, als ich es gesehen habe bei der Show, jetzt mittlerweile in deinem Trailer, Der Hundeskanzler kommt. Lustig, oder? Das finde ich total witzig. Ich habe gedacht, das muss ich sofort übernehmen. Super Wortspiel, oder? Der Hundeskanzler. Und wir haben ja früher, da hat man eine Zeitung hier, der Hundepapst, fand ich auch sehr lustig. Aber Hundeskanzler. Besser geht nicht. Schöne Wortschöpfung, ist aber von einem Journalisten tatsächlich, von Thomas Reunert vom Iserlohner Kreisanzeigerwissen, zwischen eng befreundet und es stammt aus seiner Feder. Siehste, und du darfst es verwenden. Ja, klar. Das ist toll. Also, wir haben eine Menge zu besprechen. Vor 20 Jahren gab es deine erste Fernsehshow, ne? Ja. Dann hast du dein 27-jähriges Bühnenjubiläum, wenn ich richtig gerechnet habe. Emma ist elf geworden. Du hast ein paar Bücher rausgebracht. Es gibt diverse neue Fernsehformate. Also, wir haben wirklich richtig viel, viel Bedarf zu quatschen. Aber dann müsste ich, wenn du die ganzen Sachen jetzt so aufwählst, eigentlich eine Riesenparty machen jetzt. Feiern wir jetzt gar nicht? Kommt eh ein bisschen zu kurz bei mir. Stimmt, Party feiern ist bei dir ein bisschen, hast du ja irgendwann mal erzählt, als du noch in diesem Hamsterrad unterwegs warst, hast du einfach mal eine Party für eine DVD, die überaus erfolgreich war, einfach geschmissen und hast gesagt, nee, machen wir nicht. Hab keine Zeit dafür. Gab es eine Platin-DVD für einen Hundetrainer? Ist ja eigentlich absurd. Und das war damals über die Sony. Und die Sony Deutschland hat dann den Mutterkonzern in den USA angeschrieben und gesagt, ey, wir haben hier einen Hundetrainer, der 250.000 Einheiten verkauft. In der Zeit, wo es hieß, DVD gibt es eigentlich nicht mehr. Und dann kam nur als Rückmeldung, that's rock'n'roll. Und dann hat der amerikanische Konzern gesagt, ey, alle Einladen, die er kennt, Riesenparty, zwei Tage München, Abrissparty. Und ich hab gesagt, ey, wisst ihr was, schick in den Karton, den Quatsch, ich hab keine Zeit für sowas. Das würde ich heute anders machen, das muss ich wirklich sagen. Wenn Martin Rütter heutzutage feiert, dann aber richtig, wa? Ja, das ist so. Das ist so. Das passiert nicht oft. Und bei mir ist Party nicht mit so extremem Alkohol, weil ich Alkohol echt nicht gut vertrage. Ich hab sehr schnell einen Tütern. Also wenn ich so drei kleine Kölsch, dann bin ich schon in Karnevalsstimmung. Aber ich bin jemand, der eine Party richtig gut anzünden kann. Also ich hab auch immer dann am Ende noch die Aufgabe, ich filme auch immer alles. Ich hab von allen Mitarbeitern, von allen Freunden. Belastendes Material. Aber richtig diskreditierendes Material im Köcher. Ein Riesengiftschrank. Auch wir sind mal mit der ganzen Firma nach Mallorca gefahren, haben so ein Piratenschiff gemietet oder so. Und ich bin dann immer mittendrin, ich bin kein Außenstehender dann, aber dadurch, dass ich bei Alkohol immer relativ schnell einen Gang rausnehme, bin ich immer der, der aufschließt und der abschließt, aber alles im Blick hat. Ich hab dich bis jetzt auch noch nie betrunken gesehen, ehrlich gesagt. Also bei mir ist, also so dieses, ich hab da natürlich als Student auch schon mal über die Stränge geschlagen, aber gerade jetzt auf Tour, ich weiß, dass es Tourkünstler gibt, die es nachher auch krachen lassen. Aber ich bin dann am nächsten Tag so durch den Wolf geschreddert, dass ich dann einfach auf der Bühne es unglaublich anstrengend finde. Und mir fällt Bühne unheimlich leicht und es geht mir wirklich gut von der Hand. Wenn ich aber Alkohol getrunken habe am Tag davor, boah, dann ist das ein Kampf und ich will das einfach nicht. Und da ich ja eh so ein bisschen Naturstone bin, geht das auch ganz gut ohne. Naturstone? Ich bin ja jemand, der immer gute Laune hat und es passiert, also ich hab natürlich, ich bin schon jemand, der sich viele Gedanken macht, aber ich gehe sehr fröhlich durch die Welt und na klar, trinken wir auch auf Tour mal ein Bierchen zusammen, aber ich hab jetzt nicht so den klassischen Pegel. Aber ich hab dich stimmt noch nie schlecht gelaunt gesehen, noch nie. Und wir kennen uns schon eine Weile. Ja, und es ist auch so, es ist mal vor vielen Jahren, da hat mich mal ein Journalist vom Spiegel für drei Tage begleitet. Und der war hinterher genervt davon, weil der immer gedacht hat, das wäre so aufgesetzt und inszeniert. Und jeden hat er heimlich hinter meinem Rücken gefragt. Ist der immer so gut drauf oder was? Wie ist denn mit dem los? Der ist jetzt seit 15 Stunden auf den Beinen und immer noch mit dem Lächeln unterwegs. Aber ich kenne einige Leute, die so sind. Ich glaube, ich bin da gar nicht so alleine. Also du wärst die perfekte Besetzung für eine Morgenshow im Radio zwischen 5 und 10 Uhr. In keinem Fall. Also das ist wirklich, also ich bin kein Morgenmuffel. Ich hab auch morgens gute Laune, aber ich funktioniere morgens nicht. Ich bin eine Nachteule. Das war ich als Kind, als Jugendlicher schon. Ich brauch so ein bisschen Anlauf. Ich hab neun Jahre morgens moderiert und hab gedacht, also meine Traumbesetzung wäre ja Martin Rütter zusammen mit mir, wir eine Morgensendung, hätte Quote. Ja, wir hätten noch. Ich glaube, das wird auch, wir hätten noch Spaß miteinander. Definitiv. Aber sie müsste um 18 Uhr beginnen. Ja, genau. Das müsste wirklich eine Abendshow sein, sonst ist es schwer. Die späteste Morgenshow in Deutschland. Es gab, warte mal, es gab, als ich ein Kind war, gab es im ARD oder ZDF, gab es so einen Polit-Talk, der immer um 12 Uhr startete. Und der Moderator hat immer gesagt, guten Tag, liebe Zuschauer, guten Morgen, liebe Studenten. Um 12 Uhr. Und das trifft es eigentlich. Aber 12 Uhr, da stehst du ja gerade auf. Da bist du auch noch nicht so gut drauf. Nee, ich bin ehrlich gesagt ein Frühaufsteher. Ich stehe früh auf. Also früh in meinem Rahmen. Also du musst dir so vorstellen, wenn wir Show haben, bin ich immer so um 12, halb eins im Hotel. Ja, immer danach noch raus, mache ein paar Fotos, die Leute kriegen Autogramme. Das dauert dann meistens noch so eine Dreiviertelstunde nach der Show. Dann warte ich, bis die Crew abgebaut hat, wir machen noch ein bisschen Blödsinn, dann gehen wir ins Hotel. Und dann bin ich so um ein Uhr im Zimmer. Aber trotzdem bin ich am nächsten Morgen spätestens um halb acht wach. Wirklich? Ich kann nicht lachen. Also ich bin nicht jemand, der dann bis 12 Uhr schläft. Aber ich habe dann nicht so, ich gehe dann erstmal gemütlich eine Runde mit der Emma, dann haue ich ein paar Golfbälle. Aber dann brauche ich so, ich habe dann keine Lust zu arbeiten. Also ich bewundere das. Ich habe immer wieder, mache ich Posts, wo ich, wenn ich mal früh raus muss, so ehrfürchtig bin, dass Leute, die so richtig wichtige Berufe haben. Also Arzt, Krankenschwester, Pflegepersonal, Müllabfuhr, alles was wir so brauchen, damit der Laden hier funktioniert. Piloten. Piloten, alles was es so gibt. Und ich bin dann ganz ehrfürchtig und dankbar, dass die das können. Ich könnte es nicht. Bäcker wäre auch kein Beruf für dich. Alter Schwede, ich hätte eine Nachtbäckerei. Weißt du, ich bin froh, dass es einen Wecker gibt, der erfunden wurde irgendwann mal, weil ich komme ohne Wecker gar nicht aus dem Bett. Also wenn ich mich hinlege, schlafe ich so lange, bis irgendwer kommt und sagt, jetzt musst du aber aufstehen. Bist du so ein Snooze-Typ? Theoretisch ja. Ich nie. Das macht Bingo, du stehst auf. Ja, voll. Also bei mir, ich lasse mich von Musik wecken, von dem Lied Reality aus dem Film La Boom. Die Vete, von Richard Sanderson, also Richard Sanderson heißt der, ne? So, und ich bin ja immer noch schockverliebt, seit ich 15 oder 14 bin in Sophie Masseau. Und jeden Morgen bilde ich mir ein, Sophie Masseau weckt mich mit diesem Lied. Und dann aber ist der erste Ton gespielt, stehe ich schon senkrecht, stehe auf. Dreams are my reality. Hinsenhaut. Weil ich, weil ich das gesungen habe oder war ich deine Idee? Auch, auch. Jetzt direkt ein bisschen verliebt. Aber das ist zum Beispiel jemand, ne? Sophie Masseau, wenn ich mal in, und ich habe natürlich auch viele prominente Menschen getroffen, auch internationale Stars und so weiter. Aber wenn ich in eine Talkshow eingeladen wäre und Sophie Masseau wäre da, ich würde nicht hingehen. Ich hätte so eine Angst, dass die Backstage doof ist und sich nicht gut benimmt oder dass die sich vielleicht gar nicht in mich verliebt, wenn sie mich sieht. Ich würde nicht hingehen. Das ist ausgeschlossen. Die verliebt sich auf Anhieb. Ja, genau. Ich würde mir drei französische Sätze parat legen und so. Aber ohne Witz, ich meine das echt ernst, ich würde nicht hingehen. Ich glaube, Sophie Masseau sieht auch nicht mehr so aus wie in dem Film La Boom, die Väter heutzutage. Ich folge ihr bei Instagram. Sie ist wunderschön. Und das ist etwas, was ich wirklich liebe, wenn Menschen in wirre Altern und sie erstmal, sie sieht natürlich noch ziemlich jung aus für ihr Alter, aber trotzdem ist sie ganz, also sie ist jetzt nicht so aufgespritzt und keine Ahnung. Und das ist eine coole Frau, das ist eine sehr kluge Frau, sehr tiefsinnig. Und ich folge der bei Instagram und gucke immer ab und zu, was die macht und so. Und es ist, also ich bin wirklich immer noch, wenn ich die sehe, bin ich verliebt. Jetzt habe ich die Idee für eine Fernsehshow. Man muss das einfach organisieren, dass Sophie Masseau irgendwo auf dich trifft und eine Kamera zufällig da ist und deine Reaktion einfällt. Ich sage dir, ich würde dir die Freundschaft kündigen, wenn das so wäre, weil ich würde die Situation hassen. Ich hoffe, dass es jetzt keiner macht und dir sagt, das ist deine Idee gewesen. Ich würde es wirklich hassen, weil ich wirklich die so toll finde, dass ich glaube, dass ich mich auch wie ein Blödmann benehmen würde. Dann spreche ich natürlich nicht vernünftig Französisch, sie spricht gut Englisch, da könnte ich vielleicht nicht durchhandeln. Aber ich will das Bild auch gar nicht zerstören. Ich möchte, dass es so bleibt. Und ich hatte eine ähnliche Begegnung mit Wenke Mürre. Wenke Mürre war, als ich ein Kind war. Dein großer Schlagerstar, ne? Ja, super, mega Schlagerstar, das knallrote Gummiboot. Ich habe da viele Verknüpfungen mit. Mein Vater, der wirklich nicht fürs Tanzen gemacht war, der bewegte sich plötzlich dynamisch beim knallroten Gummiboot. Und ich fand die als Kind so schön. Also so jetzt nicht im Sinne von, also so als Zehnjähriger. Ich sah die und dachte, wie schön ist die? Und die habe ich in einer Talkshow getroffen und da habe ich mich so drauf gefreut. Und die war wirklich, die kommt in einen Raum und die Sonne geht auf. Auch in ganz toll gealtert, so ganz bei sich, so charmant. Und alle haben sie geliebt. Und ich habe da wegen ihren komischen Momenten mit Boris Becker gehabt. Ach, das wollen wir natürlich jetzt so gerne erfahren. Das war wirklich sehr creepy. Erzähl. Bei den Talkshows ist es ja immer so, dass die Gäste sich vorher nochmal so Backstage treffen und der Moderator oder die Moderatorin sagt, ey Leute, wird alles cool, wird nett und so. Und ich kam in den Backstage-Bereich und Boris Becker stand da und hinter ihm war Wenke Mürre. Und ich kam rein und war so richtig Fanboy und kam rein mit dem Handy und schaue Wenke Mürre an und habe nicht wirklich registriert, dass Boris da steht. Und kam rein und sag so auf fünf Schritten Abstand, ich mache es wirklich nie. Aber können wir vielleicht, und Boris sagt, na klar, kein Problem. Und kommt auf mich zu. Und weil ich aber so verpeilt war wegen Wenke Mürre, habe ich gesagt, oh danke. Und habe ihm mein Handy gegeben und habe mich zu Wenke Mürre gestellt. Und Boris war wirklich pisst. Also wirklich pisst. Und er hat das Foto gemacht. Also ich habe wirklich ein Foto von mir und Wenke Mürre, das Boris Becker gemacht hat. Aber er fand das doof, muss man wirklich sagen und war da sehr unsouverän in dem Moment. Habt ihr es mittlerweile wieder gekittet oder? Nee, nee, weil in der Sendung gab es noch so zwei, drei Vorfälle, die der auch doof fand. Also das war eigentlich kein, er war damals mit Lilly Becker da. Ja. Und Lilly ist ja so, die sprudelt so, die redet eigentlich viel und so. Und sie hat aber wenig geredet. Und dann hat mich, ich glaube, Hubertus Mayer-Burgert gefragt, sag mal Martin, kennst du ja mit Körpersprache von Hunden aus, wie sind das so bei Menschen? Und da habe ich gesagt, das ist mein größtes Steckenpferd. Und dann sagt er, ja, was fällt dir denn hier so auf? Und da habe ich gesagt, ja, das ist ganz krass, wie man jetzt so Lilly und Boris hier sieht. Das ist interessant, dass Lilly ihm das Gefühl gibt, er hätte das sagen. Und dann war, und so wie du reagiert hast, haben alle reagiert, außer Boris. Und dann ging es noch irgendwie darum, wird Lilly zuletzt Dance gehen? Und dann ist mir noch rausgerutscht, ich fände es wirklich geil, wenn Boris auch dahin ginge. Und ich meinte das alles wirklich nicht böse. Das war eine flapsige Stimmung. Und ich denke, ey, das ist Boris Becker, das ist ein Weltstar. Was soll der sich über den Hundetrainer aufregen? Der wird da wohl, aber Boris war in der Situation sehr hölzern und sehr überfordert. Und es war im Nachhinein, das hat es mir leid, aber ich habe es null böse gemeint. Es gab keinen Moment, der so, ich meine Boris, ich war 15, als er Wimbledon gewonnen hat. Und also egal, wie sein Leben jetzt ist, der bleibt eine Sportikone. Das darf man ja nicht miteinander verwechseln. Aber im Nachhinein ist es lustig. Vielleicht bekommst du ja irgendwann noch die Chance, weißt du, dass ihr euch mal in die Augen schaut und sagt, Boris, das war ja nicht so gemeint. Wahrscheinlich hat er das alles schon vergessen, aber er war da richtig angepisst. Deine erste Fernsehshow im deutschen Fernsehen war am 5. Oktober 2003. Krass. Ich verfolge dich ja bei Instagram. Verfolgen klingt auch immer komisch. Also ich gucke, was du so machst. Verfolgen klingt ja genau, ich stalke Martin Rütter. Ich gestehe, ich stalke Martin Rütter. 20 Jahre, leckofunny. Wahnsinn, oder? Ja. Und damals hätte keiner gedacht, dass das irgendwann mal erfolgreich werden könnte. Nein. Auch du nicht, oder? Nein. Oder hast du gedacht, das wird was? Keine Sekunde. Es gab erstmal keine Coaching-Formate. So Schuldnerberater, Supernanny, psychologisch. Das gab es ja alles nicht. Und das war ganz lustig, als die Anfrage dann vom WDR, das kam ja über Bettina Böttinger, die das damals produziert hat. Und die Sendung lief tatsächlich um 21.45 Uhr im WDR lief Sport im Westen und danach kamen wir um 22.30 Uhr an einem Sonntag im WDR. Also todere Zeit kann es gar nicht mehr geben. Und ich hatte keine Ahnung von Fernsehen. Ich war Fernsehzuschauer. Und ich habe mich aber in der Sendung auch dementsprechend unaufgeregt verhalten. Und ich habe einfach mein Zeug gemacht und es wurde gefilmt. Und ich war auch wirklich keine Sekunden aufgeregt. Ich habe das einfach gemacht. Und dann lief das. Und ich weiß noch, Sport im Westen hatte so um die 80.000 Zuschauer. Und der damalige Intendant, Fritz Pleitken, sagte, der glaubte nicht an das Hundethema. Also wenn der 80.000 Zuschauer mal schafft, trage ich den auf einer roten Senfte durch Köln. Erste Werte kommen 900.000 Zuschauer. Und da weiß ich noch, werde ich nie vergessen, wie Bettina sagte, das ist ein Messfehler. Das kann ja nicht, weil zu der Uhrzeit können so viele Zuschauer nicht. Und der WDR ist ja jetzt nicht gerade ein Promotion-Tool. Also die haben ja null das beworben oder so. Ja, zweite Folge wieder 900.000, dritte wieder 900.000. Und dann war das irgendwie absurd, was da passierte. Also ich kriegte plötzlich Einladungen in alle Sendungen. Damals war Johannes B. Kerner, hatte eine Talkshow im ZDF. Das war eine Riesennummer damals. Dann zu Kerner und dann ging da sowas los. Und jetzt im Nachhinein denke ich, wie verrückt, dass ich jetzt seit 20 Jahren ja jedes Jahr 80, 90 Fernsehstunden produziere. Wahnsinn. Und die Leute gucken es immer noch gerne und ich mache es auch immer noch gerne. Das ist ja einfach ein Riesenprivileg. Also das ist wirklich etwas, was ich sehr schätze. Wie war es denn mit der Senfte durch Köln? Naja, Fritz Pleitken, also wir sind uns nicht oft begegnet. Zwei-, dreimal so eher auf dem Flur. Und ist wahrscheinlich einer der klügsten Menschen, die mir begegnet sind. War ja Journalist durch und durch. Und hat das so ein bisschen knurpselig abgetan. Und war dann hinterher auch ganz stolz auf das Ergebnis. Und damals gab es ja noch, Achtung, kein Internet. Das heißt, wir haben zu der Zeit das gemacht. Das heißt, es kamen Leserbriefe. Und Fritz Pleitken hatte etwas, wenn so Beschwerdebriefe kamen und die Leute sich über irgendwas aufgeregt haben, hat Fritz Pleitken handgeschrieben, teilweise zurückgeschrieben. Und bei mir hat er einmal an einen Zuschauer geschrieben, also wir verfahren beim WDR mit Fehlern so, wer sie findet, darf sie behalten. Und das fand ich einfach wirklich wahnsinnig cool. Echt cooler Typ. Wie viele Leute haben am Anfang, als das losging mit dem Hundeformat, gesagt, das wird nie was außer Herr Pleitken? Viele. Also natürlich ganz viele. Also auch Bettina hatte gegen Widerstände zu kämpfen. Bettina ist selber sehr hundeaffin. Und sie hatte ein Format gemacht, das hieß Ein Heim für alle Fälle. Das war eine Doku über ein Kölner Tierheim, Köln-Dellbrück. Und das war ziemlich erfolgreich. Aber es war lokal erfolgreich. In Köln hat man es dann geguckt. Und bei der Couch war es eben so, dass es plötzlich deutschlandweit geguckt wurde. Und es wurde dann an alle dritten Programme wieder weitergegeben. Dann lief es plötzlich im NDR, im RBB, überall. Und überall gab es diese fetten Zuschauerzahlen. Und so richtig konnten wir es uns nicht erklären, weil es kaum beworben wurde. Und heute weiß ich, dass der Gag an der Geschichte war, dass ich so bin, wie ich bin. Das heißt, die Leute haben sehr gespürt, das ist ein Typ wie du und ich, der redet wie über der Schnabel gewachsen ist. Und ich habe bei Dreharbeiten, ich stand da teilweise in kurzer Hose, Flipflops und die Haare strubbelig, weil ich es duschen nicht geschafft habe vorher. Und die haben mich machen lassen. Das war total geil. Da hat nie einer gesagt, ja, das geht aber jetzt nicht. Ich musste zum Beispiel auch nichts moderieren. Ich wäre damals nicht in der Lage gewesen, in eine Kamera zu sprechen, um zu sagen, hallo, ich bin ja Hundeprofi. Das wäre nicht möglich gewesen. Und das hat der damalige Regisseur, der Joachim Vollenschier, total gespürt und erkannt. Und der hat mich eigentlich da durchgeführt, indem er einen Rahmen geschaffen hat, der mich gar nicht merken ließ, dass gefilmt wird. Und das Spannende ist, das ist der allererste Drehtag, den ich hatte, war mit Joachim. Er ist dieses Jahr in Rente gegangen. Und wir haben bis zu diesem Jahr noch gemeinsam gedreht. Das ist cool. Das heißt, ich habe ihn dann in meine Firma geholt. Und der Tonmann, der da Ton gemacht hat, der war in der Ausbildung, der Markus, der ist heute angestellt bei mir. Der ist heute immer noch dabei. Also es ist so schön einfach, dass die alle so diesen Weg gemeinsam mitgegangen sind. Das ist einfach traumhaft. Sag mal Martin, bist du schuld daran, dass sich seit 2006 die Zahl der Hunde in Deutschland verdoppelt hat? Ja, ich glaube, das hat viele Gründe. Ich glaube, an ein paar Sachen bin ich schuld. Das erkläre ich vielleicht gleich noch. Aber ich glaube das nicht. Sondern ich glaube eher, dass die hohe Technisierung in unserer Gesellschaft dazu geführt hat. Das heißt, Menschen leben immer isolierter und kennen sich kaum noch. Als ich ein Kind war, ich habe in so einer Zechensiedlung in Duisburg gewohnt und die Nachbarn kannten sich. Man half sich. Also wenn da einer einen Baum zu fällen hatte, dann gab es schon irgendeinen Nachbar, der mitgemacht hat. Und wenn die Oma krank war, wussten das alle auf der Straße. Und ich bin vor zehn Jahren umgezogen und habe in der Nachbarschaft Briefe in den Briefkasten geworfen mit einer Einladung. So, hey, wir sind jetzt hier die Neuen, wir wohnen hier. Wer Bock hat dann und dann ist der Grill an. Da kamen Leute, die zehn Jahre auf einer Straße wohnen und bisher noch nie einen Satz miteinander geredet haben. Und diese starke Technisierung, dass die Menschen sich eigentlich nicht mehr kennen, Cocooning, dieses sich in die eigenen vier Wände zurückziehen, nur noch am Smartphone hängen, das führt dazu, dass die Leute ein unglaublich hohes Bedürfnis nach Nähe haben. Und Hunde geben das. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Faktor ist. Und man geht mit dem Hund raus und trifft dann vielleicht Leute, die man sonst nicht treffen würde. Und die kann man auch ansprechen. Man hat immer einen Vorwand, ne? Ja, voll. Also das ist ja krass. Das ist ja auch in meiner Show so. Da sitzt ja wirklich der Universitätsprofessor neben jemand, der keine Schulbildung hat, neben einem Kind, neben einer Oma. Also ganz gemischtes Publikum. Und ich kenne das von mir selber, dass ich mit der Mina damals so eine Spaziergehrunde hatte mit Leuten, die ich im normalen Leben wahrscheinlich nie getroffen hätte und es auch gar keine Verbindung gegeben hätte. Aber Mina liebte diese beiden Hunde aus dieser Gruppe. Und deshalb sind wir, ich glaube, fünf Jahre jeden Morgen gemeinsam spazieren gegangen. Das ist ganz verbindend. Schön. Du hast gesagt, an der Verdopplung der Anzahl der Hunde in Deutschland bist du nicht schuld, aber an anderen Dingen, auf die du noch zu sprechen kommen möchtest. Ich bin interessiert. Und alle anderen, die uns zuhören, auch. Woran bist du schuld? Also was ich wirklich glaube und ich werde ja manchmal gefragt, bist du stolz auf das, was du jetzt gemacht hast in den Jahren? Und dann kommen wir aber immer so auf die Preise, auf die Zuschauerzahlen, dass zwei Millionen Leute bei der Tour waren, dass du ein Netzwerk gegründet hast. Das ist alles, ja, das ist schön, aber worauf ich wirklich stolz bin und worüber ich mich wirklich freue, ist, dass wir das Hundetraining in Deutschland komplett auf links gedreht haben. Und wirklich komplett auf links. Als ich angefangen habe, das ist 30 Jahre her, da gab es keine gewerblichen Hundeschulen. Da sind die Leute entweder zum Schäferhundplatz gegangen oder zum Dackelklub, haben dem Hund eine Stachelhalsband angezogen, haben den angeschrien oder die haben gar nicht trainiert. Egal in welchen Park du heute in Deutschland gehst. Du siehst Leute, da hat der Hund ein Brustgeschirr an der Schleppleine, da fliegt ein Futterbeutel, die trainieren, die beschäftigen sich damit. Die Hundeschulen sind voll. Ich erlebe wirklich, dass Hundetrainer, die gar nicht aus meinem Netzwerk sind, mir Mails schreiben und sagen, hey, super ist das, was du da machst, weil es uns allen geholfen hat. Und das glaube ich schon, dass wir extrem dazu beigetragen haben, dass Gewalt weniger wird im Hundetraining, dass die Leute ein Bewusstsein haben. Und das haben wir umgekrempelt einfach. Und das ist ein superschönes Gefühl, dass wir das irgendwie so gemeinsam geschafft haben. Das ist ein saugutes Thema. Ich kann mich erinnern an Zeiten, als du anfingst damals. Da gab es noch Bilder, die habe ich noch vor Augen. Da hatte irgendjemand einen Autoreifen an einen Baum gehängt und ein Kampfhund sprang ran, biss sich in diesem Reifen fest und hing dran an dem Ding. Solche Sachen, solche Bilder gibt es heutzutage aufgrund deiner Aufklärung auch nicht mehr so viel. Du wirst immer ein paar Bekloppte finden, die immer noch in der Steinzeit sind. Das ist völlig klar. Und es wird auch immer Verrückte geben, die sich über die Aggression ihres Hundes profilieren. Das wird nicht aussterben. Aber es geht um das Gros der Leute. Kritiker haben zu Anfang immer gesagt, das ist doch alles populärwissenschaftlich. Ich möchte, dass es eine breite Masse anspricht. Ich habe mal in einer Talkshow neben Leon Löwentraut gesessen, ein Künstler, ein junger Superstar inzwischen. Und da hat die Moderatorin, Barbara Schöneberger hat gefragt, in der Kunstszene, die Leute nehmen dich ja nicht so für voll. Die sagen ja, das ist so die Helene Fischer der Kunstszene. Und dann hat er gesagt, warte mal ganz kurz, alle Stadien voll, wohlhabendste Schlagersängerin, eine Riesenmarke, alles klar, nehme ich. Also er sagt, Leute, ihr könnt das alles verkomplizieren mit Kunst. Ich male gerne und es gibt genug Leute, die es geil finden. Und es ist mir scheißegal, ob ein Kunstkritiker das cool findet. Und so war das bei mir auch. Ich wollte nicht, wenn mich jemand fragt, wie mache ich das, ja, sie müssen sukzessive Approximationen wählen, um irgendeinen scheiß Fachbegriff zu nutzen. Ich wollte, dass die Leute wirklich verstehen, was ich da mache. Und das hat funktioniert. Wenn ich einen Vortrag in der Uni halte, für Tierärzte und Verhaltensbiologen, dann spreche ich natürlich anders. Weil die ja auch einen anderen Background haben. Aber ich finde es eigentlich toll, dass sich so viel getan hat. Es hat sich wirklich eine Menge getan. Als ich beim Radio anfing, war es nicht möglich, einen Hund mit zur Arbeit zu bringen. Mittlerweile haben wir teilweise 20, 25 Hunde gleichzeitig in diesem Funkhaus. Ja, super. Das ist auch so ein bisschen dein Verdienst, muss ich so sagen. Ja, und dass auch die Menschen jetzt Hunde immer mehr auch in die Gesellschaft lassen und es einfach klar ist, die sind ein Teil der Gesellschaft. Aber umgekehrt nehme ich ja auch kein Blatt vom Mund vor den anderen auswüchsen. Also ganz, ganz häufig werde ich ja zu Aggressionsvorfällen gefragt. Also jetzt ist es in Österreich passiert, dass ein Pitbull oder Staffordshire Terrier eine Joggerin getötet hat. Und dann werde ich natürlich dazu gefragt und natürlich habe ich eine klare Haltung dazu, dass es ja völlig absurd ist, dass jeder Vollidiot sich ein Hund kaufen darf. Und das ist doch wirklich absurd, dass wir in Deutschland für alles ein Zertifikat brauchen, nur es gibt keinen vernünftigen Hundeführerschein. Wenn du, jetzt überlege ich mal, wenn du eine Mofa fahren willst, das Ding ist 25 kmh, da bin ich mit meinem Fahrrad schneller, musst du einen Führerschein machen. Wenn du angeln gehen willst, musst du einen Angelschein machen. Ey, ganz ehrlich, das ist Angeln. Also der Angler ist keine Gefahr für unsere Gesellschaft. Aber ein Hundehalter, ein Hundehalter kann eine Gefahr für die Gesellschaft werden. Und deshalb müssen wir Menschen schulen. Wir reden ja seit Jahren über diesen Hundeführerschein, den du auch vorgeschlagen hast. Und in deinen Hundeschulen funktioniert das ja auch schon, aber es ist noch kein bundesweites Modell. Und bisher hat sich auch noch keiner der Minister dazu bekannt, dass er sagt, wir werden dieses Ding mal anfassen und machen das mal als ein deutschlandweites Muss. Ja, und ich sag mal genau wie das ist, die scheißen sich in die Hose. Das ist immer das Gleiche. Wenn ich mit Politikern rede, dann kommt immer unter die Augen, na ja, aber die vielen Leute, wenn ich jetzt 10 Millionen Hunde in Deutschland, 20 Millionen Menschen lebe mit Hunden zusammen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann sag ich, ey, pass mal auf, es wäre doch einfach, mich vorzuschicken. Ich halte da gerne den Kopf hin. Und das Gegenargument ist immer, wenn ich sage, ein Hundeführerschein ist ja nicht, du gehst jetzt mit dem Hund, du kaufst dir einen Hund, gehst auf den Hundeplatz, dann machst du Sitz und Platz und dann kriegst du einen Hundeführerschein. Nein. Umgekehrt, vorher. Natürlich, wir gehen da auch nicht hin und sagen, pass mal auf, du kaufst dir jetzt ein Auto oder fährst du dreimal um den Block und dann guckst du auf den Führerschein. Das ist doch Quatsch. Das heißt, die Leute müssen geschult werden. Das heißt, die müssen verstehen, welcher Hund passt zu mir. Wo kriege ich einen guten Hund her? Was ist ein Händler? Was ist ein Züchter? Was ist ein gutes Tierheim? Was ist so Semitierschutz? Und das kann man ja schulen. Und wir reden von zwei, drei Wochenendseminaren. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Und dann kommt immer das Totschlagargument, ja soll jetzt die 90-jährige Oma mit dem Pudel noch einen Hundeführerschein machen? Nein. Aber überleg mal, wir würden jetzt entscheiden, mit jedem Kauf musst du den Schein machen, auch wenn du seit 50 Jahren Hunde hast. Dann kann die Oma ja entscheiden, ob sie dann später noch mal einen macht. Aber ihren Pudelchen kann sie erst mal halten. Wenn wir das machen würden, hätten wir in zehn Jahren keinen Hundehalter mehr in Deutschland ohne Hundeführerschein. Kein ohne und die entsprechende Kompetenz. Das ist ja das Wichtige. Entsprechende Kompetenz. So und jetzt geht das ja weiter. Jetzt wird es ja immer komplexer. Dann geht natürlich los, dann werden Leute befragt. Ja, wer entscheidet das jetzt? Was ist richtig? Was ist falsch? Dann wird mir immer vorgeworfen, ich würde mich daran bereichern wollen. Ich habe in allen Ministerien geredet und habe immer wieder gesagt, hey, alles, was ich an Wissen gesammelt habe, stelle ich kostenlos zur Verfügung. Ich will daran nichts verdienen. Es geht mir nicht darum. Ich habe genug Geld auf dem Konto. Das ist nicht mein Thema. Sondern mein Thema ist, wie können wir Kindern Schutz bieten? Es geht darum, es passiert einfach etwas. Und Kinder sind manchmal in Gefahr, ohne dass die Leute es einschätzen konnten. Hunden geht es schlecht manchmal, weil die Leute es nicht einschätzen können. Es geht um Tier- und Menschenschutz. Aber die scheißen sich an. Die haben immer wieder dieses Angst vor, was sagt der Wähler? Und ich sage dir, dass mit Sicherheit das Gros der Hundeleute es begrüßen wird. Absolut. Ich glaube das auch. Frau Klöckner damals als Ministerin hat gesagt, mit dem Rütter rede ich gar nicht. Dann gab es ja das Gespräch über Herrn Ötzemir. Du hast gesagt, du möchtest dich mit ihm treffen. Gab es ein Treffen? Habt ihr euch schon mal irgendwie unter vier Augen unterhalten können? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich werde Frau Kari treffen, die eigentlich die wichtigste Person ist. Frau Kari ist eine Tierärztin, die jetzt die erste Tierschutzbeauftragte Deutschlands im Bundestag ist. Das ist gut. Also die ist wirklich, die kann etwas verändern und sie hat sehr vollmundig bei ihrem Amtsantritt verkündet, dass sie aber wirklich aufräumen wird im Tierschutz. Und das finde ich natürlich cool. Bisher ist noch exakt gar nichts passiert. Sie ist noch nicht so lange dabei. Genau, sie ist noch nicht lange dabei. Und deshalb, und das meinte ich auch gar nicht polemisch, aber es ist einfach noch nichts passiert. Aber wir haben einen Termin und das finde ich super schön und freue mich darauf. Ich weiß inzwischen, dass in der Politik natürlich, wir sind ja in einer Demokratie, da kann ich einen Diktator von oben sagen, heute machen wir es anders. Aber sie hat eine Chance, Dinge zu verändern. Und wir reden ja nicht nur von Haustieren, sondern auch von Nutztieren. Und ich freue mich total auf diese Begegnung und habe ja an jeder Stelle immer verkündet, ich möchte da kein Geld verdienen, kein Beratervertrag, kein gar nichts. Ich möchte es nur inhaltlich begleiten dürfen und sagen, guck mal, ich bin ja nur wirklich ein Meinungsmacher in Deutschland und bei den Tierleuten auf jeden Fall. Und sie finden mich auch nicht alle gut, das ist ganz klar. Aber niemand kann mir ja unterstellen, dass ich nicht klare Absichten habe. Und ich glaube auch nicht, dass ernsthaft jemand in Frage stellt, ob ich mich auskenne. Und es geht... Das hatten wir ja schon mal, ne? Ja. Der Rütter hat gar keinen Hundeführerschein, oder der weiß nicht, wie das vonstatten geht. Der hat auch keinen Sachkunden. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube aber auch, dass die Zeit reif ist. Dass auch die Bevölkerung reif ist zu sagen, wir müssen umdenken, wir müssen den nächsten Schritt gehen und den sollten wir dann auch gehen. Und bis dahin gibt es ja Aufklärung im Fernsehen. Also die neue Serie Tierheimhelden ist ja so eine Sache, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass jemand eine Wildkatze in seiner Wohnung hält. Aber wenn man sich die Sendung anguckt, dann denkt man, sind die alle von allen guten Geistern verlassen? Das ist Wahnsinn. Also die Tierheimhelden ist ein Format, wo wir gesagt haben, wir möchten mal die Menschen zeigen, die sich jeden Tag im Tierschutz aufreiben. Denn was wirklich in Deutschland passiert, wir sind tierschutzrechtlich echt im Neandertal und immer noch ist es so, dass die, guck mal, ein Tierpfleger verdient extrem wenig Geld. Also Mindestlohn, absoluter Mindestlohn, muss aber körperlich harte Arbeit leisten und psychisch echt was aushalten. Jeden Tag Schicksale, gequälte Tiere, kranke Tiere, traurige Menschen, fröhliche Menschen. Also das ist wirklich emotional hart. Und die machen das mit Herzblut. Aber die Tierheime sind bis unter das Dach gefüllt und der Staat greift nicht ein. Und ich habe ja wirklich den ernsten Vorschlag gemacht, als klar war, die Pandemie spült die Tierheime voll und der Tierschutz ist in Deutschland, kurz vorm Kollaps, habe ich ja den ernst gemeinten Vorschlag gemacht, hey, warum nehmen wir denn nicht die Hundesteuer und pumpen die jetzt mal drei Jahre in Tierheime und sagen, dann kommt die zielgerichtet an. Das wäre doch eigentlich eine sinnvolle Maßnahme. Du bist natürlich belächelt in der Politik, wenn du so da drüberkommst. Das Geld ist anders verplant, Herr Rütter. Das Geld ist ganz anders verplant, klar. Aber wir wollten eine Sendung machen, wo wir diese Menschen mal zeigen, die jeden Tag da den Kopf hinhalten. Haben das genannt, die Tierheimhelden und gehen in Tierheime, die besondere Konzepte haben oder die irgendwie eine coole Idee haben und so. Und wenn du dann da hinkommst, und wir waren dann in München, die auch sich auf Wildtiere spezialisiert haben, und dann halten sich die Leute zu Hause in Serval oder in Puma. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, und warum ist das erlaubt? Ja, das ist das Schlimme. Und vor allen Dingen in unseren Bundesländern hier rum, wir sind ja gerade in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern ringsherum, Sachsen-Sachsen-Anhalt, da ist das, da sagt keiner, ihr dürft das nicht. Also man kann theoretisch sich einen Löwen halten. Und einen Elefanten, wenn du willst. Elefanten auch. Ja, es gibt überhaupt keine Einschränkungen. Das heißt, du stellst einen Antrag beim Amt, dann musst du, ich glaube, bei einem Löwen, also bei einer Raubkatze, glaube ich, ungefähr 150 Quadratmeter, also jetzt echt nicht groß, ein Gehege bauen mit den und den Sicherheitsstandards und dann bitte füll dich frei. Mann, das ist Abteilung geisteskrank. Ja, absolut. Also ich meine, weißt du, wir sind ja immer noch in der absurden Situation, dass ein Zirkus Krone Raubkatzen durch die Manege hetzt. Das ist Wahnsinn. Das ist Tierquälerei, das ist schlimm. Aber noch absurder ist es doch, wenn Lieschen Müller sagt, ja, ich hätte gerne zwei Pumas zu Hause. Wahnsinn. Und natürlich landen die dann irgendwann im Tierschutz, weil die Tiere gefährlich werden. Wir hatten in Klein-Mach-Neuer einen vermeintlichen Löwen, der dann am Ende ein Wildschwein war. Auch lustig. Ich meine, es könnte aber tatsächlich auch ein echter Löwe sein, weil es ja durchgeknallte Leute gibt, die sich so ein Tier zu Hause halten und ich meine, das kann auch mal ausbrechen. Voll. Aber guck dir mal, es gibt ja immer noch so kleine Wanderzirkusse und da werden ja auch Raubtiere oft gehalten und dann gehen wir da hin, wie da die Sicherheitsmaßnahmen sind. Ja, die können ausbrechen. Ach, ich kann nicht. Da sind ein paar Bauzäune mit Kabeldraht zusammen fertig. Das ist total gefährlich, dass es Punkt eins. Punkt zwei ist, es ist so unnatürlich schlimm und ich habe ja mich zu Zirkus Krone da geäußert, haben sie mich auch vor Gericht gezerrt, aber lustig ist, dass die dann sogar, überleg mal, so wenig fachliche Kompetenz haben, dass sie sagen, weil sie diese Tiere in 16 Generationen schon züchten, wären es keine Wildtiere mehr. Also einfach überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht verstanden, was Domestikation und Evolution ist. Das ist natürlich peinlich. Dieser komische Prinz Markus, der mit dem Fußball auf die Schildkröte geschossen hat, da habe ich gedacht, wie blöd kann man eigentlich sein? Das ist krass, oder? Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Und alle Leute gucken sich das an, der hat Millionen Klicks auf diesem Video. Ja, der hat aber auch ganz schön auf die Birne gekriegt. Jetzt muss man dazu sagen, dass der sich ja dran aufgeilt, wenn die Leute sich über ihn ärgern. Und der lebt in Dubai, das ist tierschutzrechtlich natürlich sehr schwer. Also wenn der Vorfall in Deutschland gewesen wäre, dass er da der Schildkröte vor den Kopf schießt oder gegen den Panzer schießt, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da relativ schnell die Schildkröte da rausgeholt hätten. Er hat aber auch noch ein Video gemacht, wo er einen Hund so über den anderen wirft. Du siehst ja, dass er keinerlei Grundempathie hat. Und ich vermute auch mal, dass das natürlich immer unter starken Einwirkungen von Alkohol, Drogen, Medikamenten, was auch immer passiert. Aber ich habe es ja angeboten. Ich habe ja ein Video dazu gemacht und habe gesagt, pass auf, jeder von uns kann in eine Situation kommen, die einmal überfordert. Ich biete dir an, auf meine Kosten alle Tiere zu übernehmen, die du hast. Und ich werde die vermitteln in gute Hände. Und habe das ja angeboten. Also ich weiß, es ist ja immer leicht, sich aufzuregen und zu sagen, das ist ja alles scheiße, aber nichts zu machen. Und Reaktion? Ja, natürlich null. Gar nicht. Ja klar, natürlich null. Das wäre gut gewesen. Und wir hätten das auch durchgezogen. Das ist keine Frage. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Dann regen wir an dieser Stelle mal an, vielleicht das nochmal aufzugreifen, das Thema zu sagen, Martin Rütter würde die Tiere in gute Hände bringen. Total. Und da wären sofort alle Tierschutzvereine dabei gewesen. Absolut. Und es gibt ja einige, die sich damit beschäftigen. Peter zum Beispiel. Die großen Hunde ist auch so ein Format von dir? Ja. Schönes Format, weil du liebst natürlich auch große Hunde. Ja. Obwohl Emma ja ein kleiner Hund ist. 20 Kilo, so Border Collie Größe. Ja. Hört nicht zu den Großen, ist eher so mittelgroß. Aber wir wollten da mal zeigen, also es geht in der Sendung natürlich darum, wie ist eigentlich dein Leben, wenn du einen Hund hast, der 60, 70, 80, 90 Kilo wiegt. Und wir haben da Fälle recherchiert, wo Leute teilweise mit sieben, acht Dongen leben. Und das heißt, die füttern die Hunde in der Garage. Da gibt es eine eigene Futterstation. Da reicht ein Multivan nicht mehr aus. Also das ist ja schon eine sehr interessante Lebensform. Und an manchen Stellen fragst du dich auch, will man das so? Aber ich finde immer, solange es den Hunden gut geht, soll das jeder so machen. Das ist genau immer der Punkt. Solange es den Tieren gut geht, ist alles in Ordnung. Dann kann man auch, und wenn die genug Platz haben und sich wohlfühlen und gesund sind, dann ist alles in Ordnung. Total. Wir hatten da einen Mann, der zwei Kangals hat, Herdenschutzhunde. Aber er hat wirklich zwei sehr verträglich Nette gehabt und ist mit einem immer zu Ausstellungen gegangen. Und das ist eigentlich so ein Typ, so kerniger Typ, tätowierter Typ. Ich glaube, so einer, mit dem du echt gerne ein Bier trinken gehst. Aber das Thema Ausstellungen nimmt der Bier ernst. Und dann wirft er sich in einen Anzug, dann gibt es eine Krawatte, dann wird vorbereitet, dann geht er zu Weltausstellungen. Und wir haben das in der Sendung begleitet und ich saß in der Greenbox und hab mich wirklich beömmelt vor Lachen, mit welchem Bierernst er das betreibt. Und dann, so jetzt geht mein Hund zu einer Ausstellung und er wird Weltchampion oder Europasieger. Und dann ist er Europasieger geworden und es gab exakt zwei Teilnehmer. Und er kann dir vorstellen, wie ich da in der Greenbox mich beömmel. Und er hat mir das sehr übel genommen, dass ich da so gelacht habe in der Greenbox und hat also wirklich auch sich geäußert, dem müssen wir mal eine ballern. Und dann haben wir telefoniert und hab gesagt, hey, was ist denn jetzt so? Warum? Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann am Ende des Tages alles wieder entspannt. Aber das zeigt, wie ernst es für ihn war, dass es also nicht mehr nur darum ging, dass man mal so ein bisschen was macht, sondern es ist dann so Lebensphilosophie. Ich finde das ja toll. Und ich frage mich immer, dieses Riesen-Füllhorn, was du immer ausschüttest mit neuen Formaten, mit neuen Namen. Ich dachte, ach, guck an, jetzt die Unvermittelbaren war so ein Ding, wo ich dachte, da bin ich immer gespannt, was da rauskommt. Mittlerweile dritte Staffel, geht los. Und das sind Hunde, wo ich immer denke, ich würde davon keinen haben wollen. Und die werden alle in liebevolle Hände gegeben und die Leute sagen, ja, klar, machen wir. Ja, alle nicht. Fast alle. Genau, es ist tatsächlich echt schwer. Also erstmal, die Unvermittelbaren, da geht es darum, dass wir Hunden aus dem Tierschutz eine Chance geben, wo die Tierheime sagen, hey, den nimmt hier keiner mehr. Und manchmal hat das Gründe, also im Sinne von, ja, übrigens hat fünf Hunde platt gemacht, also wir reden von wirklich kalt gemacht, aber manchmal fallen die durch so einen Raster. Wir haben jetzt gerade einen in der Vermittlung, der hat nur drei Beine und ein Auge. Ist zehn Jahre alt, aber top fit. Mit dem kannst du eine Stunde spazieren gehen, der passt aufs Haus auf, der hat große Schnauze, der ist lustig. Aber ist ja klar, die Leute gehen durch ein Tierheim, dann sitzt der da, sieht aus irgendwie wie Käpt'n Ahab und die Leute sagen, nee, sowas will ich nicht und dann ist ja schon zehn. Und wir wollen diesen Hunden, aber auch den Tierschutzvereinen eine große Plattform geben. Es ist für uns das aufwendigste Format, was wir jemals gemacht haben. Wir müssen die Hunde recherchieren. Okay, wir sind gut vernetzt. Dann müssen wir Interessenten recherchieren. Dann müssen wir die aber auch begleiten. Wir können nicht sagen, hier, bitte, nimm den Hund, viel Spaß. Monatelang begleiten wir die Hunde. Manchmal gehen die Hunde auch wieder zurück, dass die Leute sagen, wir schaffen es nicht. Es ist ein unglaublich aufwendiges Format. Ich habe Gänsehaut beim Erzählen jetzt gerade, weil es für uns so ein wahnsinnig emotionales Projekt ist, weil es wirklich wieder darum geht, zu zeigen, Leute, die Hunde haben eine Chance verdient und wir können nicht so eine Wegwerfgesellschaft sein und wir können nicht sagen, wir produzieren immer mehr Hunde und die, die uns nicht passen, die selektieren wir. Und deshalb haben wir auch manchmal Hunde da. Wir haben einen Labrador, der ist beschlagnahmt worden mit fast 60 Kilo. Der hatte fast 30 Kilo Übergewicht. Wow. Der war nicht mehr in der Lage, selber aufzustehen. Das kann ich mir vorstellen. Und eine Tierschützerin hat den aufgepäppelt und wir haben den gekriegt, als er dann etwa noch 10 Kilo Übergewicht hatte und haben ihn im Rahmen der Sendung vermittelt und gesagt, der hat alle Gelenke kaputt, der wird kein Hochleistungssportler mehr. Aber so ein 20 Minuten Spaziergang, das wäre echt cool. Und solche Fälle sind halt auch dabei. Natürlich, wenn wir mit so Sachen zum Sender kommen und RTL steht jetzt nicht für, ach, macht mal komplizierte Sachen. Weil kompliziert bedeutet auch, manchmal kann sich eine Ausstrahlung verschieben. Und es hat nicht diese Planungssicherheit und so. Aber inzwischen haben RTL und Vox, die wirklich super Partner sind inzwischen und schon viele Jahre, auch total schätzen die, dass wir dieses Fernsehen machen, was Relevanz hat. Und es funktioniert. RTL hat ganz oft an einem Samstag 6, 7 Prozent Einschaltquote und wir bügeln da mit 12, 13 durch die Gegend. Das heißt, die Leute möchten das sehen und die finden das gut, dass wir nicht Menschen vorführen, dass wir klar sind und dass wir uns auch Sachen trauen. Also die Tierschutzreportage, es war natürlich hart, bei ihnen so einen Schweinemastbetrieb zu gehen und Hühner nachts zu filmen und so weiter. Aber inzwischen, die Sender schätzen das wert inzwischen. Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja auch gesagt, adoptieren statt produzieren, das ist eine wichtige Kampagne, die du auch ins Leben gerufen hast. Also nicht immer neue Welpen nach, 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 sondern nehmt einfach mal einen Hund aus dem Tierheim. Die haben alle eine Geschichte und die haben alle auch ein Recht darauf, noch ein paar schöne Jahre zu verleben. Ja, und guck mal, ich bin ja das beste Beispiel. Mein erster Hund Mina, den habe ich als Welpen bekommen von einer Golden Retrieverzüchterin. Ich war total happy, 16 Jahre, 16,5 ist sie geworden. Total glücklich. Und dann ist Emma, die habe ich bekommen, da war sie ein Jahr alt. Sie kannte gar nichts. Sie kam aus wirklich schlechten Verhältnissen. Sie ist jetzt elf und ich könnte wirklich nicht sagen, dass unsere Beziehung weniger eng ist, als zu der, die ich zu Mina hatte. Und ich kenne so viele Beispiele und fast alle meine Trainer haben Hunde aus dem Tierschutz. Und natürlich gehe ich nicht als Familie mit zwei Kindern in ein Tierheim und sage, also ich hätte gerne einen kinderunverträglichen Hund, der nicht alleine bleiben kann. Ist ja Quatsch. Aber die Tierheime bieten ja viel. Also auch als Familie mit Kindern kannst du im Tierheim und im Tierschutzverein super Hunde finden. Es ist ja eben nicht so, dass da nur Verrückte sitzen, sondern manchmal sind es auch Hunde, die so ein bisschen durchs Raster gefallen sind, Wunschschicksal dahinter steht. Jemand gestorben ist zum Beispiel. Ja, wir haben jetzt genau das Beispiel. Wir haben jetzt gerade einen Elfjährigen, ein Dackelbärchen, zwei Dackelmädchen, elf Jahre alt. Da ist der alte Herr gestorben. Die Hunde sind sauberhaft. Aber die sind elf und keiner will sie mehr haben. Und dann versuchen wir halt, eine Plattform zu bieten und zu sagen, komm, wir helfen da jetzt. Finde ich gut. Aber es gibt ja Leute, die sagen, ich habe mich da mit Absicht nicht beworben, weil ich sowieso keine Chance hätte. Und das ist ja manchmal genau das Falsche. Weil man hätte ja eine Chance, den Hund zu kriegen, wenn man sich traut, den Hund zu übernehmen, wenn die ein bisschen speziell sind. Und manche Leute machen das gar nicht, weil sie denken, sie haben sowieso keine Chance. Es ist anders. Gut, dass du das ansprichst, weil das ist unser größtes Problem. Wir werden überschüttet mit Anfragen, was die Hunde anbelangt. So, könnt ihr den noch reinnehmen? Könnt ihr den noch reinnehmen? Aber wir haben eine geringe Bewerberzahl. Wir haben zum Beispiel einen Pitbull-Mischling, den Chico. Der sitzt in Bayern. Der ist nur nett. Der ist ein fünf Jahre alter Hund. Der ist wie ein Flummi-Ball. Der ist verträglich mit Hunden, verträglich mit Menschen. Der ist nur nett. Der hat eine Marotte. Wenn du den aus dem Zwinger am Tierheim holst, verbeißt er sich in die Leine und lässt nicht mehr los. Hat aber null aggressives Verhalten. Du kannst die Finger reinstecken, dir passiert gar nichts. Und das trainieren wir so mit dem Hund in sechs Wochen weg. Also wenn die Leute den nehmen, der beißt in sechs Wochen überhaupt nicht mehr in die Leine. Wir haben für diesen Hund, den habe ich jetzt viermal aufgerufen, zwei Millionen Menschen haben diese Aufrufe gesehen. Wir haben nicht einen Bewerber für diesen Hund. Weil er, hu, Kampfhund ist, weil er in Auflagen ist, weil die Leute in gewissen Regionen statt 200 Euro Hundesteuer 1200 Euro Steuer bezahlen. Und das erschwert es natürlich. Und wir sind wirklich über jede Bewerbung dankbar und freuen uns wirklich über jeden, der sich bewirbt. Das heißt nicht, dass wir jeden für geeignet empfinden. Es passiert natürlich auch, dass wir sagen, hey, wir finden es wirklich toll, aber der Hund, das geht nicht. Der passt bei euch einfach nicht. Aber wir freuen uns über jeden und wir sind über jede Bewerbung wirklich dankbar. Weißt du, was ich immer erstaunlich finde? Dass du dich an alle Hunde rantraust. Ich war ja früher so ein Schisser, was Hunde anbelangt, weil ich ja als Kind so ein traumatisches Erlebnis hatte, mit so einem kleinen Dackel aus meiner Verwandtschaft. Und sei dir sicher, das tut weh, wenn ein Dackel beißt. Ja, ich weiß, wie das ist. Ich habe es am eigenen Leibe gespürt und hatte dementsprechend auch viel Angst. Du gehst da einfach ran. Da sind Hunde, die sind teilweise 60 Kilo schwer und Martin Rütter geht ran. Hast du denn nie Schiss vor den Hunden? Doch, doch. Und Martin Rütter geht auch nie blauäugig ran. Also ich erlebe das immer bei Trainerfortbildungen, dass sich die Trainer unheimlich dadurch brüsten. Oh, da hat er mich hier gebissen und da gebissen. Wenn du gebissen wirst, ist ein Ausdruck von keine Ahnung haben. Das ist ja immer so lustig, wenn wir den amerikanischen Trainer Cesar Milan sehen, da wird ja immer suggeriert, der würde besondere Problemfälle trainieren. Das stimmt nicht. Es ist absolut ein durchschnittliches Training einer jeden Hundeschule in Deutschland. Ich hoffe nicht, dass so gewaltvoll trainiert wird wie da, weil das, was er tut, ist hier Misshandlung. Aber es wird suggeriert, er hätte die besonders schwierigen Fälle. Das stimmt nicht. Nur er macht die Hunde noch verrückter mit seiner Art. Das, was wir aber machen und was ich immer mache, wenn ich wirklich glaube, dieser Hund könnte mir jetzt echt gefährlich werden, dann trainieren wir dem einen Maulkorb an, dann gibt es eine doppelte Sicherung an der Leine, weil wer gewinnt denn was dadurch, dass der mich dadurch ins Finger scheucht? Niemand. Der Hund hat wieder Erfolg gehabt, indem er jemanden eingeschüchtert hat. Der Rütter wird unsicher in Zukunft sein. Ich bin in den 23 Jahren Fernsehen oder über 20 Jahre Fernsehen, 23 Jahre, wo ich mit harten Hunden trainiere. Also ich mache 30 Jahre Training, aber ich habe 23 Jahre wirklich mit knüppelharten Hunden trainiert. Genau dreimal gebissen worden und da habe ich Hunde getrennt. Das heißt also, der letzte Biss ist, glaube ich, fast 15 Jahre her. Das heißt, ich bin Sicherheitsspieler und ich finde es auch naiv, wenn ein Trainer sagt, oh, da gehe ich jetzt mal rein, der hat vier Menschen schwer verletzt, dann mache ich mal. Das ist einfach dumm. Aber dadurch, dass ich Hunde ganz gut lesen kann, gut einschätzen kann, glaube ich, dass ich weiß, wie weit ich gehen kann. Du liest ja nicht nur die Hunde, sondern auch deren Besitzer, so fern vorhanden. Das ist der Kern und das ist natürlich der größte, ich glaube, das ist die größte Kunst, die ein Hundetrainer beherrschen muss, Pärchen und Frauchen zu lesen. Also zu gucken, wie kriege ich denen vermittelt, was jetzt hier in Zukunft auf die wartet. Aber im Tierschutz haben wir all das nicht. Das heißt, ich kann also bei einem Hausbesuch kann ich fragen, wann macht er was, wie verhalten sie sich, ich kann mir die Situation angucken. Aber im Tierschutz und deshalb habe ich wirklich diese echt tiefe Bewunderung für die Tierschützer, die kriegen den Hund dahingesetzt und meistens wissen sie nichts über den Hund. Oder eine Lügengeschichte. Ja, das ist der Rocky, der hat schon hier drei Kinder gebissen und die wollen einfach nur loswerden. Ich habe das ja selber erlebt. Meine Ex-Freundin Conny, auch Hundetrainerin, die hat in die Beziehung eine Ridgeback-Hündin Abby mitgebracht. Und sie hat Abby aus einem Tierheim in Ungarn und Abby saß da ganz abgemagert und wirklich kurz vorm Sterben. Und dann hat Conny diesen Hund gesehen und gesagt, was ist mit ihr? Das ist ein total gefährlicher Hund, da gehen wir überhaupt nicht rein. Da hauen wir Futter oben drüber. Oh, 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 die hat eine schlimme Beißgeschichte. Und dann hat Conny sich mit diesem Hund auseinandergesetzt und hat gedacht, was erzählen die denn? Und Abby war nur nett, hatte überhaupt nichts Aggressives. Aber die Leute, die den Hund abgegeben haben, haben eine Horrorgeschichte erzählt. Die Leute im Tierheim hatten keine Ahnung. Und dann ging die Historie, hier sitzt ein völlig unvermittelbarer Hund. Und Abby war, wir haben ja dann lange zusammengelebt, ein Schnuckelchen, ein Ridgeback, also ein Labrador im Ridgeback-Körper gefangen, wollte nur fressen und pennen. Nur nett, dieser Hund. Und das ist ja dann die Kunst der Tierschützer, auch ein bisschen zu filtern, ist die Geschichte, die wir gehört haben, wirklich richtig und so. Also ein hochkomplexer Beruf. Das wäre ja mein Hund. Also Ridgeback ist ja mein Traumhund, weil wir sind beide vor Spoilen und gehen nicht raus, wenn es draußen regnet und schneit oder so und bleiben drin im Warmen. Also insofern wäre das, glaube ich, mein Hund. Aber du hast ja aus verschiedenen Gründen gesagt, da sollten wir nochmal drüber reden, wenn es dann irgendwie ernst war. Aber bei Abby war das wirklich, wenn es geregnet hat und ich ging morgens mit ihr raus, die stand wirklich in der Tür und gucke ich mir an so, dein Ernst jetzt? Wirklich dein fucking Ernst, dass wir das jetzt machen müssen? Das könnte bei mir auch passieren. Wie jetzt? Wir gehen in den Regen. Es regnet. Ich war ja früher ein dickes, gemobbtes Kind während der Schulzeit. Das war ich nicht. Jetzt bin ich ein dicker, älterer Herr, der aber auch nicht gemobbt wird. Aber ich wurde tatsächlich gemobbt. Deshalb habe ich es frühzeitig gelernt, Menschen zu lesen, weil ich wusste, ist das jetzt gefährlich, wenn ich auf diesen Schulhof rausgehe, gucke ich mir die an, kriege ich von denen wieder ein Pausmaul oder nicht? Dadurch habe ich das gelernt, also das für mich zu entdecken. Du hast ja auch gelernt, Menschen zu lesen. Woher hast du diese Gabe? Also ich will erst mal auf dein Mobbing eingehen, weil das ja wirklich auch, ich habe fünf Kinder und ich habe tatsächlich bei einem meiner Kinder das erlebt, also ganz hart, also im Sinne von, Kind setzt sich auf der Klassenfahrt an den Tisch und acht andere Kinder stehen einfach auf und wollen mit denen nichts zu tun haben. Und das ist so hart. So schlimm war es bei mir nicht. wirklich knüppelhart. Und da wundere ich mich manchmal, wie wenig die Lehrer dafür gespürt haben und wie wenig die das managen können und wie wenig auch Aufklärung dazu betrieben wird, was Mobbing mit Menschen macht. Und nicht nur dieses Eins-zu-Eins, wie du das in deiner Kindheit erlebt hast, sondern auch, was virtuell Mobbing anrichtet, wie Menschen fertig gemacht werden im Internet und wie Selbstmorde entstehen durch so etwas. Es ist ein wirklich schlimmes Thema. Und eigentlich bräuchte jede Schule zwei, drei Social Worker, die auch nur das mit bearbeiten, also soziale Interaktionen begleiten. Und ich finde das ein unheimlich bedrückendes Thema, was man eigentlich nicht wegschieben darf. In meinem Fall war es so, dass ich eine sehr unkalkulierbare Mutter hatte. Meine Eltern waren, na ja, ich sage mal vorsichtig formuliert, nicht geeignet als Eltern. Die haben uns wirklich total, also mein Vater war nie aggressiv, immer ein lustiger, fröhlicher Mensch, der aber sich nicht angesprochen fühlte als Vater, so im Sinne von, er sieht ja keine Aufgabe drin. Und meine Mutter war sehr unkalkulierbar aggressiv. Das heißt, also da kippte die Stimmung von einer Sekunde auf die andere in Situationen, die erstmal nicht schlüssig waren. Also es war nicht, wenn du das machst, dann fängst du dir eine, sondern es war so, wow, dieses Pulverfass ging los. Und dadurch mussten wir, meine Schwester auch, immer sehr genau antizipieren, wo stehen wir jetzt hier gerade. Das war sehr lehrreich. Und aber natürlich auch, wenn du so früh auf dich allein gestellt bist, also mit zwölf, dreizehn, da hat keiner mehr Essen bei uns angekarrt oder neue Klamotten oder irgendwie so. Das gab es einfach nicht. Das heißt, ich habe dann viel bei meiner Oma Zeit verbracht. Meine Schwester ist mit 18 ausgezogen und hat mich dann mitversorgt und so. Meine Tante hat viel dazu beigetragen, aber es war einfach klar, du musstest wirklich gucken, wer meint es gut und wer halt auch nicht. Da lernt man das, ne? Total. Das ging mir auch so. Also das ist scheiße natürlich, aber es hat mich im Nachgang, jetzt wo das alles so abgearbeitet ist, natürlich unglaublich aufs Leben vorbereitet. Also für mich, also ich wusste mit zwölf, dreizehn sehr wohl, wie man Wäsche wäscht und sehr wohl, wie man kocht und sehr wohl, wie man sich durchmogelt und so. Also eine große Eigenständigkeit einfach. Also ich hatte ja eine tolle Kindheit. Ich habe sehr behütet, bin ich aufgewachsen. Aber ich hatte halt, war ich bis 13 so, der Dicke war, der öfter mal eins aufs Maul bekommen hat, da musste ich mich drum kümmern. Also in dem Augenblick, wo ich mit dem Sport angefangen habe, war das auch vorbei. Da habe ich mal einmal kurz auf dem Schulhof umgetockt und dann war Feierabend damit. Du hast Gewicht heben gemacht. Ja. Ich habe das Foto gesehen und das ist wirklich lustig, weil es so fremd ist für mich. Also auch so die ganze Statur von dir, so anders ist. Du bist ja jetzt, wenn mich einer gefragt hätte, so aus welcher Sportart kommt der Jens, hätte ich immer Ausdauersport gesagt? Also Läufer, Radfahrer, weil du ja sehr drahtig, du bist ja wahnsinnig drahtig so, ne? Und da so als Gewichtheber, war ja gut im Futter gewesen. Da war ich gut im Futter, ja. Ich war auch stark. Ja, das glaube ich. Ich war auch ganz gut. Aber ich habe ordentlich abtrainiert. Und das hat dazu geführt, dass ich dann tatsächlich auch meine heutige Figur habe. Und ich habe seit 30 Jahren mein Gewicht tatsächlich nicht verändert. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich war ja Mittelstürmer und ich war eher kompakt und sehr schnell. Und also mit kompakt ist jetzt wirklich nicht dick gemeint, sondern wirklich kompakt gemeint. Und ich hatte nie ein Gewichtsthema. Und dann bis zum Sportstudium auch noch nicht. Und so bis ich 30 war auch noch nicht. Und dann ging das extrem viele Arbeiten los, dieser Nachtrhythmus und Sport komplett gar nicht mehr. Und dann kam so jedes Jahr so zwei, drei, vier Kilo dazu. Und jetzt würde ich mal so von 20 Kilo Übergewicht sprechen, die wirklich nicht gesund sind, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und das darf man auch nicht schönreden. Und eigentlich habe ich so immer wieder mal den Vorsatz, ey komm jetzt, du musst jetzt mal wieder was tun und so, ne? Auch aus ästhetischen Gründen, ganz klar. Also wenn ich im Schneidersitz vor dem Spiegel sitze, das hat schon mal anders ausgesehen. Aber der Leidensdruck ist momentan noch nicht hoch genug. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so viele Menschen zu dir kommen. Weil viele auch sagen, der Rötter ist auch so wie wir. Der ist auch so fett wie wir. Nein, der ist einfach so gemütlich und der hat auch einen kleinen Bauch. Aber mit gemütlich, ne? Das ist immer ganz lustig. Die Leute, die mich nicht kennen oder man lernt sich so neu kennen und gerade jüngere Leute, die haben in meinem Kopf, ach guck mal, der hat doch schon so Geheimratsecken, der ist 53, der ist gut durch den Winter gekommen. Mit Sport ist da nichts so. Und ich habe ja nach wie vor eine große Ballsportaffinität. Und nach wie vor weiß ich noch, wie ein Tennisball funktioniert. Und die kleinen Golfbälle. Golfbälle sowieso, aber auch dynamisch. Also das heißt, also nach wie vor traue ich mir noch ein dynamisches Badmintenspielen zu. Und manchmal juckt es mich dann. Und gerade bei meinen Söhnen ist das so, die sind 24 und 20. Und dann, wenn wir mal so rangeln und sagen, ey komm jetzt, wer wirft den Ball weiter und so, dann ist immer schnell Ruhe im Karton. Da ist immer sehr, sehr schnell Ruhe im Karton. Machst du die platt, ja? Ja, und ich glaube auch, dass bei Schlag den Star und so, glaube ich, würde ich mich weit vorn sehen. Also da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Also vor der Sendung hätte ich wenig Schiss. Ich hoffe, dass das jetzt jemand hört an dieser Stelle und sagt. Ich habe zig Anfragen gehabt. Und das ist ganz lustig, weil es hat ja dann Steffen Henssler übernommen. Und bevor Steffen das übernommen hat, hat Steffen und ich einen festen Termin, gegen den anzutreten. Und dann rief ich an und sage, Steffen übernimmt die Sendung und wird jetzt gegen Nicht-Prominente antreten. Und das hätte so gematcht, weil Steffen und ich sehr competitive sind. Wir wollen Wettbewerb. Und wir sind natürlich so anders. Steffen kommt vom Boxen, hat Kraft wie ein Ochse. Der ist sehr ausdauernd und so. Aber ich bin halt sehr verspielt. Und ich, auch wenn wir, ich gehe ja sehr gerne zu Grill in Henssler. Ich weiß. Und beim letzten Mal, da mussten wir mit so Kochlöffeln. Mit Ilka Bessin, die ich stehe, genau. Genau, und mit Kochlöffeln müssten wir so ganz schnell Früchte hin- und herschießen. Wir hatten beide hinterher die Daumen blau, weil wir uns gegenseitig immer voll auf die Hände geknüppelt haben. Aber natürlich nicht böse, verspielt halt. Ich mag den auch sehr gern. Ich mag den auch. Ich hatte ihn auch schon hier in diesem Format. Ja, ich mag den auch. Und was ich einfach gut finde, ist, Steffen ist ja sehr, ja, man kann ihn so gockelig finden. Genau, und ich finde das auch nicht. Aber ich weiß, dass viele ihn auch so, weil er rauskommt und sagt, hey, da bin ich. Und ich mag es, wenn jemand selbstbewusst ist, wenn auch was dahinter ist. Und das ist bei ihm. Das Schöne ist ja, trotz der vielen Sendungen, die du selbst machst, wirst du immer noch in andere Sendungen eingeladen. Ich gehe auch gerne. Du gehst auch gerne. Moderierst du selbst mal zwischendurch mal irgendwelche Formate, wo du sagst, das mache ich mal, einfach weil ich Bock drauf habe. Ja, viele, die eigene Sendungen haben, entscheiden ja dann hinterher konzeptionell, ich gehe in keine anderen Sendungen mehr. Also sagen dann, also das mache ich nicht. Ich habe ja eigene Formate. Und ich liebe das aber auch so verspielt, zu Gast zu sein, wie oft, ich weiß nicht, wie viele Male ich bei Genial daneben mit Hugo, Egon und Hella war. Es hat nur Spaß gemacht. Oder wir haben für RTL König der Kindsköpfe gemacht, eine Spielshow mit Olli Pocher und Guido Kanz. Und ich liebe diese Spielereien und ich mag das gerne. Und ich gehe auch gerne in andere Formate. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die du uns verraten kannst, die schon in irgendwelchen Schubladen drin liegen? Weil ich weiß, dass es beim letzten Mal da warst, hast du auch etwas verraten, was du eigentlich gar nicht verraten durftest, solltest, wolltest. Aber du hast es trotzdem getan. Gibt es schon Dinge, auf die wir uns freuen können? Tatsächlich haben wir jetzt wirklich den bunten Blumenstrauß gemacht. Also im Moment laufen ja die Tierheimhelden. Dann machen wir ja die Rabauken auf vier Pfoten. Da ist sozusagen ein Spin-off der Welpen. Weil die Welpen habe ich jetzt beerdigt und gesagt, hey, es ist jetzt für mich zu Ende erzählt. Wir haben jetzt genug Welpen gesehen, die auf den Teppich kacken. Was passiert mit den Hunden eigentlich danach? Und jetzt nennen wir das die Rabauken auf vier Pfoten und treffen Menschen, die einen Hund von klein an haben und sagen, da zeigen sie uns Bilder und Videos, wie schön alles war. und jetzt ist der kleine Welpe Hubertär, zieht an der Leine wie Sau, bellt die Nachbarn an und ist plötzlich eine Rabauke geworden. Und das Drehen war gerade und es ist wirklich super, super schön geworden und total emotional wieder geworden. Ab wann kommt das? Oh. Ach so, das läuft noch gar nicht, ne? Also jetzt habe ich doch einen rausgeknüppelt. Ach so, ja doch. Ach stimmt, das läuft ja noch gar nicht. Wir sind noch im Jahr 2023. Ach stimmt. Ach stimmt, jetzt habe ich es. Ich war bei dir. Es kommt irgendwann. Ach stimmt, nee, es kommt. Also die aufmerksamen Zuschauer werden es irgendwann sehen. Ansonsten gucken wir bei dir auf Instagram und dann wirst du es ja dann irgendwann verraten. Stimmt, ich glaube, es kommt im Frühling oder so. Ach stimmt, haben wir doch gar nicht kommuniziert, ja. Schön, dass wir es an dieser Stelle mal verraten haben, weil es macht Martin ja mittlerweile auch als alter Tradition, immer mal Dinge rauszuhauen. Gut. Krass, ich habe das jetzt im Kopf verwechselt. Mit den unvermittelbaren Staffel 3, die ja auch jetzt rauskommen, ne? Ja, ja, genau. Meine Güte, du hast da auch zu tun. Ich meine, bei diesen vielen, vielen verschiedenen Fernsehformaten kann man schon mal den Überblick verlieren, oder? Ja, und das funktioniert alles natürlich nur, weil ich einfach ein Megateam habe. Also die, inzwischen darf ich ja auch die Trainer mit vor die Kamera holen. Also wir machen ja auch noch, früher war ja bei Hundeprofi, war ich ja alleine. Jetzt nehmen wir das ja Hundeprofi Rütters Team. Heißt also auch, meine Trainer sind mit im Bild, was ich super finde, weil es die Realität ist. Und ich bin einfach saugut aufgestellt. Also um mich herum wird so super alles organisiert und so. Dadurch funktioniert das. Ein Team hatte mal 300 Leute. Wie viele sind das mittlerweile mit allen Hundetrainern? Sind ja schon mehr, ne? Etwa 400. 400. Meine Güte, was für ein großer Haufen. Große Haufen, großes Rudel quasi. Wobei man fairerweise sagen muss, dass ja davon 330 Trainer sind. Und natürlich die Trainer, da habe ich auch nicht alle permanent präsent. Also das heißt, die, die bei uns Partner werden und ein Zentrum leiten, kenne ich natürlich alle. Aber die wiederum bilden ja bei uns Trainer aus. Und da kenne ich nicht jeden. Das ist völlig klar. Also wir begegnen uns dann auf Fortbildung und so. Aber da habe ich dann auch nicht zu jedem einen persönlichen Bezug. Aber im Büro so der harte Kern sind inzwischen 80 Leute. Wir reden gleich noch über deine Tour, über das aktuelle Buch. Aber ich muss zwischendurch eine Frage zu den Welpen loswerden. Weil ich bin ja aufmerksamer Verfolger der Dinge, die passieren in den sozialen Kanälen. Und Herr Winkel, der Mann, der ja mit den Welpen, also ich weiß nicht, was in dem Mann vorgeht. Das Thema Welpen war ja bei dir ein großes Thema. Und du hast gesagt, Welpenhandel ist eine Sache, die geht gar nicht. Und wir haben das ja verfolgt. Es gab verschiedene Dokumentationen darüber. Und Herr Winkel tauchte immer wieder auf. Und dann gab es jetzt einen Gerichtsprozess. Und der Typ war auch nur auf deiner Bühne. Wo ich dachte, what? Ja, Hubert Winkel betreibt die Welpenstube Winkel. Und Welpenstube hört sich ja so niedlich an. Und letztlich ist es ein Massentierabfertiger. Also da sind jeden Tag zwischen 100 und 150 Welpen. Er hat in seiner Laufbahn 40.000 Welpen verkauft. Also die Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wahnsinn. Und die Internetseite, da kriegt man so den Eindruck, wie bei dem QVC-Sender. So, jetzt noch acht Welpen, jetzt noch sieben. Jetzt haben wir noch sieben Chewabas, jetzt noch drei. Und wir haben das in der Reportage gezeigt. Viele krank davon, ne? Ja, natürlich viele kranke Hunde. Sehr, sehr viele stark verhaltensauffällige Hunde. Also wir haben uns ja mit versteckter Kamera da rein und haben uns mal Welpen zeigen lassen. Die beiden, die wir uns haben zeigen lassen, die hatten totale Panik vor der Verkäuferin. Die waren völlig verängstigt und verstört. Und dann haben wir ihn damit konfrontiert und haben gesagt, hey, sie können sich äußern. Wir möchten gerne wissen, wo die Welpen herkommen. Dann hat er sich erst gar nicht geäußert. Seine Frau hat sich ein bisschen off-cam in Rage geredet. Und ja, wir haben da so eine Anlage in Ungarn. Und dann sind wir recherchieren gegangen. Und das ist alles erbärmlich einfach. Richtig erbärmlich. Und dann haben wir es ausgestrahlt. Und er hat aus allen Trompeten geschossen. Also hat bei verschiedensten Gerichten versucht, einstweilige Verfügung gegen mich zu erwirken. Mit Androhung von bis zu 50.000 Euro Strafgeld, soll ich nicht mehr sagen, kauft da keine Welpen. Also jetzt an der Stelle wieder gerne, kauft bei Hubert Winkel keine Welpen. Denn es ist schlimm, es zu fördern. Und die Gerichte haben ... Und durchscheinert zum Tierheim. Ja, geht ins Tierheim. Und geht auch von mir aus zu einem seriösen Züchter. Ist auch okay. Aber eben nicht zu so einem Händler. Und er hat bisher bei allen Gerichtsprozessen auf den Deckel gekriegt. Und erst wollte er mir verbieten, dass ich sagen darf, ja, das ist ja wie beim QVC-Sender. Hat ein Gericht klar entschieden, stimmt. Sieht aus wie beim QVC-Sender. Dann durfte ich nicht, sollte ich nicht angeben, ich nicht mehr, sollte ich nicht mehr sagen, kauft da keine Welpen. Dann hat er versucht, weil er immer gemerkt hat, ihm schwimmen die Fälle davon gerichtlich. Und dann jetzt hat er versucht, über Wettbewerbsrecht gegen mich zu klagen. Und hat vor Gericht behauptet, ich würde seinen Betrieb schlecht machen, weil ich ja auch ein Tierhändler wäre. Und jetzt, Achtung, hat die Sendung die Unvermittelbaren genannt. Und hat gesagt, da handelt Martin Rütter mit Hunden. Ach ja, handelt. Bei der Umsätze machst du mit. Das ist echt eine geile Idee. Tierschutzformat als Vergleich zu ziehen zu jemandem, der in Massen Hunde verkauft. Und damit Kohle verdient. Ja, und dann gibt es vor Gericht immer sehr klare Entscheidungen, muss man sagen. Gott sei Dank. Weiß man ja nicht immer, was vor Gericht so passiert. Dann hat er versucht, ist dann gegen RTL vorgegangen und so weiter. Bisher immer ganz smart die Prozesse gewonnen. Und dann kommen Bedrohungen gegen meine Familie und gegen meine Kinder. Also dann postet er bei Facebook so Sätze wie, ja, eine Mutter sollte auf ihre Welpen ja gut aufpassen. Das würde ich mal jemandem, der am Rosenhof in Bergheim wohnt, auch bei seinen Kindern raten. Also klare, ganz klare Bedrohungen gegen mich und meine Kinder. Ja, und dann hat er sich gegönnt. Wir waren in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Arena, hatten ein Show, waren so knapp 5000 Leute, passen da rein. Und ich erzähle ja jeden Abend davon. Jeden Abend zeige ich Fotos von seiner Welpenstube, sage und fordere die Leute auf, bitte redet darüber, es ist tierquälerisch. Bitte kauft da keine Hunde. Bitte macht mit. Wir müssen dafür sorgen, dass das gar nicht mehr erlaubt ist. Denn der Skandal ist ja nicht, dass jemand sich am Tierleid bereichert, sondern dass der Staat zulässt, dass es erlaubt ist. Dass Welpen auf diese Art und Weise gehandelt werden dürfen. Aus Ungarn 15, 17, 18 Stunden Autofahrt hierher. Wahnsinn. Völlig bescheuert ist das. Ja, und dann sprang jemand in der fünften Reihe auf und schrie, ich bin Hubert Winkel, das stelle ich jetzt klar. Und dann war das für mich natürlich ein Elfmeter ohne Torwart. Also kaum etwas Schöneres kann passieren. Und dann hat er da erst im Publikum palabert und dann habe ich gesagt, hey, kommen Sie doch auf die Bühne. Dann können wir uns jetzt hier unterhalten. Das ist ja eigentlich okay. Und dann ist das ein sehr sensibler Moment, weil natürlich 5000 Menschen wollen den ausbohlen. Und dann habe ich aber immer wieder gesagt, Leute, ich möchte, dass der hier erzählen darf. Wir müssen in eine Diskussion gehen. Es nützt ja nichts. Das wäre ja jetzt für mich das Einfachste gewesen, den da jetzt, also sage ich mal, zu diffamieren und über ihn lustig zu machen. Habe ich nicht getan. Und wir haben das ja gefilmt. Wir filmen meine Shows ja immer. Er kam dann auf die Bühne, war zu Anfang sehr aufgeregt. Logisch, ist für ihn auch eine Stresssituation. Und weißt du, wie naiv ich bin? Weißt du, was ich dachte? Er kommt auf die Bühne und er kam so und ich dachte, er ist so zitterig. Habe ich gedacht, jetzt erzählt er mir. Weißt du was? Wir machen halt alles nicht mehr. Weißt du, wie ich den abgefeiert hätte? Ich hätte den aber wirklich auf einer Senfte durch die Stadt getragen. Aber es kam anders. Und ich habe ihm ja sogar Hilfe angeboten. Ich habe gesagt, hey, vielleicht können wir irgendwas anders machen. Nee, es kam anders. Er kam sehr bedrohlich, kam mir sehr nah, packte mich immer an und sagte dann so Sätze, du wirst nie wieder meinen Namen in den Mund nehmen. Und hat also behauptet, die Sachen stimmen gar nicht. Spannenderweise sind die aber alle vor der Kamera zu sehen. Also ich habe die, wir haben die nicht ausgedacht. Wir haben es ja gefilmt. Und hat da ziemlich losgelegt. Und war da sehr bedrohlich. Und viele Leute haben mir geschrieben, haben gedacht, ey, wir dachten, es kippt gleich. Wir haben für möglich gehalten, der ballert dir gleich eine. Ich hatte das für möglich gehalten, aber jetzt war es für mich ein Gespräch. Und ich habe ja in dem Gespräch immer wieder, wenn Unmutsäußerungen aus dem Publikum kamen, gesagt, stopp, ich möchte, dass er hier ausreden darf. Und ich habe natürlich auch nicht gezuckt. Ich habe ja immer wieder alles klargestellt. Aber das zeigt, also ich glaube, dieses Video habe ich ja bei Instagram dann hochgeladen. Hat er auch versucht übrigens zu stoppen. Und in diesem Video sieht man sehr klar, dass wir es mit einem hochaggressiven Menschen zu tun haben, der wirklich nicht auch nur eine Sekunde in Frage stellt, ob das Leid der Tiere ihn interessiert. Und das ist in diesem Gespräch sehr, sehr deutlich geworden. Und ich glaube ja fest daran, dass ich das politisch verhindert kriege langfristig. Dass so eine Art von Tierhandel in Deutschland nicht mehr möglich ist. Da glaube ich fest dran. Ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ja, man muss ein bisschen pinnetran bleiben. Genau. Und die Show ging anschließend weiter. Du konntest wieder umschalten auf Showmann und hast dann weitergemacht, ne? Ja, es kam ja ein älterer Herr an die Bühne, lief nach vorne und sagte dann so, jetzt geben sie dem doch hier nicht immer so eine Plattform. Und dann ging ja Winkel auf den zu und warf ihm so provozierende Küsse zu. Also auch da siehst du, dass der nicht ganz knusper ist. Aber wie geht man jetzt damit um? Was er ja erhofft hat. Er wollte ja, dass die Stimmung kebt oder dass ich unsicher werde oder er da dolle Dinge aufdeckt. Aber er hat ja nichts aufzudecken gehabt. Welche Motivation sollte ich denn haben, mir Lügengeschichten über ihn auszudenken? Das ist ja Quatsch. Und dann war ich da relativ souverän und dann ging er wieder runter. Und dann muss man sich natürlich mal einmal sammeln, weil die Nummer ging ja bestimmt zehn Minuten lang. Ja, absolut. Muss man sich mal einmal schütteln und dann geht's weiter. Und dann muss man weitermachen. Und was ich ganz krass fand, er hat seine Kinder mitgebracht in die Show. Das heißt, er ist mit der ganzen Familie da angereist. Und wie muss sich das für die Kinder anfühlen? Also, dass so eine Situation entsteht, also, dass er die Kinder da rein geholt hat, fand ich schon heftig, muss ich wirklich sagen. Dann machen wir da mal einen Strich drunter. Obwohl, die Stimmung kippt, ist gerade ein bisschen gekippt wieder. Aber das darf nicht passieren. Nee, die Stimmung kippt, weil ich einfach so schade finde, es wäre doch so einfach, diesen Weltmehlhandel zu stoppen. Es wären drei kleine gesetzliche Veränderungen. Das Ding wäre sofort im Arsch. Und die Leute haben ja trotzdem Möglichkeiten, ohne zu kaufen. Also, wir nehmen den Leuten nicht Brot weg. Also, einfach lächerlich. Also, ist es eine Never-Ending-Story? Hoffentlich nicht. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen gehen. Also, wir werden noch ein, zwei Mal drüber reden, bevor es dann irgendwann hoffentlich einen Abschluss findet. Wir wollen über Bücher reden. Weil ich habe jetzt gerade ein sehr schönes Buch auf den Tisch bekommen, das heißt Hundstage. Und das ist ein Cartoon-Buch. Das ist ja auch ein Novum. Also, es gab damals das schöne Wimmelbuch von Jannis, das auch sehr schön ist. Und das ist jetzt ein Cartoon-Buch. Da hast du ja Neuland betreten. Ja, also, die Geschichte ist ja tatsächlich, der Jannis Weber ist ein großartiger Zeichner. Und er kam auf mich zu und hat gesagt, hättest du nicht Bock, ein Wimmelbuch mit mir zu machen? Und dann habe ich erst so gedacht, doch nicht das nächste Projekt, bitte nicht das nächste Projekt. Und dann haben wir so darüber gesprochen. Dann hat er gesagt, pass auf. Ich habe schon viele Wimmelbücher gemacht. Guck dir die mal an. Und dann war ich sofort so, wow, wie ist der denn drauf? Echt toll. Und dann ist er hingegangen, hat sich sehr tief mit mir beschäftigt. Der Prozess ging ein Jahr. Der hat alle meine Shows geguckt, alle Sendungen geguckt, hat alle Interviews geguckt, hat gesagt, wie ist der Typ drauf? Wie ist der gestrickt? Und dann hat er dieses Wimmelbuch gemacht, was wirklich auch mit so einem Augenzwinkern, ich in der Unterhose, in der Wadehose am Strand, plauze raus in dem Wimmelbuch. Und dann kommt irgendwie so eine junge Frau vorbei und dann siehst du, wie ich so den Bauch einziehe. Also er hat auch sich sehr über mich lustig gemacht in dem Buch. Superschön geworden. Und die Zusammenarbeit war toll. Und dann haben wir gesagt, hey, sollen wir nicht ein Cartoon-Buch machen? Und ich hätte jetzt wirklich ... Wimmelbuch war für die Kinder, das Cartoon-Buch ist für die Erwachsenen. Ja, die Eltern behaupten, dass das Wimmelbuch für die Kinder ist. Und um ehrlich zu sein, da sind so viele Gimmicks drin, die nur für Erwachsene sind. Und das sieht man auch gerade viel stellen. Du hast jetzt aber aktuell auch noch ein Buch rausgebracht, neben dem Hundstagebuch. Und zwar über Tierschutz. Genau. Weil das werde ich ja immer wieder gefragt. Martin, wenn ich mir einen Hund aus dem Tierschutz hole, was muss ich denn beachten? Und dann sage ich, naja, aber schau mal, kennst du einen Hund aus dem Tierschutz, kennst du einen Hund aus dem Tierschutz. Wir können es nicht generalisieren. Es gibt nicht den Tierschutzhund. Aber wir können ein paar Parameter festlegen und auch mal erklären, woran erkenne ich einen seriösen Verein? Wie komme ich eigentlich an so einen Hund? Wie sind die ersten Tage? Ist es denn echt so ungewöhnlich, dass dein Hund, der vielleicht drei Jahre auf der Straße gelebt hat, gar kein Hundefutter fressen will? Also viele Hunde, die ich als Straßenhunde übernehme, die wollen die ersten Tage nur Menschenreste futtern. Also alles, was Menschliches Essen ist, weil sie das kennen. Und dann sagen wir, hey, da mach doch ein paar Spaghetti und ein paar Kartoffeln, mach ein bisschen Soße dran und schiebst ein bisschen Hundefutter drunter und kommt ein Smarter. Gewöhnst ihn dran. Gewöhnst ihn dran, so Kleinigkeiten. Oder dass einfach auch Zeit notwendig ist. Also gib ihm Zeit. Manche Hunde aus dem Tierschutz kennen sowas alles gar nicht. Die haben noch nie in einem Haus gelebt. Oder die müssen erst mal wieder Vertrauen fassen. Und wie kann man vertrauensbindende Maßnahmen einleiten und so. Und das Buch haben wir eigentlich schon lange als Idee gehabt. Und dann haben wir gesagt, ey, wenn wir jetzt die Unvermittelbaren machen, also dann ist ja wirklich nachvollziehbar, dass wir jetzt immer mehr in das Thema eintauchen und haben mit vielen Tierschützern drüber geredet, mit vielen Trainern von uns und mit Leuten, die auch noch mehr Erfahrung haben als ich zu dem Thema. Und wir freuen uns total darüber. Und das ist wirklich super schön. Und haben auch gesagt, dass Teile der Erlöse dann wieder in Tierschutzprojekte fließen und so. Also ganz toll geworden. Es ist quasi ein begleitendes Buch zur Sendung, könnte man sagen, ne? Ja, wobei wir nicht die Fälle aufnehmen, die da entstanden sind, sondern... Aber Parallelen gibt es. Parallelen gibt es. Und wir möchten auch, dass Menschen, die jetzt noch in so einer Findungsphase sind, das Buch nehmen und sagen, ich guck mal, ob ich mir das vielleicht doch zutraue und ob das vielleicht doch so ist. Weil es ist ja auch ein Mutmachbuch. Weil wir erzählen ja da Geschichten und sagen, guck mal, dieser Hund ist total smart. Also ist doch nicht jeder Hund, der im Tierschutzverein vermittelt wird, mit Problemen behaftet. Das ist nicht der Fall. Also adoptieren statt produzieren. Also nicht einen Welpen holen, sondern mal gucken, was gibt es im Tierheim um die Ecke. Welchem Hund kann ich eine gute Zukunft bieten? Und weißt du, was interessant ist, als wir das Projekt adoptieren statt produzieren, das gibt es im Instagram-Profil auch, Instagram adoptieren statt produzieren und Facebook, da kann man auch mal reingucken. Wir haben eine knifflige Situation natürlich. Wir sagen adoptieren statt produzieren, aber ich halte gutes Züchten für nicht falsch. Und interessant ist, dass die Züchter sich alle sogar über das Projekt gefreut haben, weil die verstehen, es geht nicht um euch, sondern es geht um Massenproduktion. Es geht um hier noch ein Hund und da noch ein Hund. Muss es immer der Welpe sein und kann es nicht auch ein Hund aus dem Tierschutz sein? Und deshalb sind viele Züchter dabei, die das unterstützen und sagen, das finden wir total cool, denn das, was wir machen, also ein Hobbyzüchter, der alle zwei Jahre mal einen Wurf hat, der ist kein Produzent von Hunden. Nein, der ist einfach nur ein Züchter und hoffentlich mit Leib und Seele und der sich liebevoll um die Tiere kümmert und die auch nur weggibt, wenn die Tiere gesund sind und wenn sie von der Mutter weg dürfen und so weiter. Das ist wichtig. Du warst auf Tour, du bist auf Tour. Das ist ja so dein Leben, immer unterwegs zu sein und ich verfolge ja, was du so machst. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, als du in Cottbus warst, ist ja nicht so lange her, hast du anschließend ein paar Eier bekommen. Ja. Und zwar Bio-Eier von einer Zuschauerin. Total. Das geht in Brandenburg, ne? Das ist super. Und weil ich im Podcast, wir machen ja einen Podcast und wenn wir bei tierisch-menschlich dann reden wir oft über Bio und Nachhaltigkeit und da habe ich oft erzählt, dass ich mich irgendwann trauen werde, Hühner zu haben. Und dann kriege ich so Süße, dann kriege ich Bücher über Hühnerhaltung. Dann hat mich jetzt eine Tierärztin, die die Expertin ist zum Thema Hühnerhaltung, kontaktiert. Und es war so süß, dass in Cottbus ich dann diese Bio-Eier aus der eigenen sozusagen, ich glaube, acht Hühner, glaube ich. Siehst du? Der ist so schön einfach, das liebe ich sehr. Hast du schon Hühner? Nein. Ich traue mich auch nicht. Also ich glaube, dass ich im Herbst nächsten Jahres, glaube ich. Aber Eier isst du als Vegetarier oder wie ist das? Oder isst du nur kein Fleisch? Wie ist das? Ich habe ja fünf Jahre vegetarisch gelebt und jetzt seit zwei Jahren vegan. Ich würde aber Eier, die so sind, also dass mir da jemand sagt, guck mal, das sind die Hühner, da gehe ich dran. Und wenn ich eigene Hühner habe, werde ich diese Eier auch essen. Aber jetzt im Hotel tue ich das nicht. Aber zum Thema vegan auch, ich finde immer so dieses, oh, ich habe jetzt bei Steffen Henssler gesagt, mir geht das so auf die Nerven, wenn sich jemand vorstellt und sagt, hallo, ich bin Sibylle und bin vegan. Ja. Und was trägst du für Strümpfe? Das ist uninteressant für mich. Also ich möchte auch gar nicht so eine militante Diskussion dafür machen. Und ich möchte auch nicht Interviews geben in veganer Magazinen. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, ich weiß nicht, ob ich das ein Leben lang beibehalte. Und wenn du jetzt zum Beispiel mich bei dir einlädst und du hast einen Kuchen gebacken, weil du mich als Gast empfängst, ich würde den essen, auch wenn da ein Eier drin ist, weil es für mich eine soziale Interaktion zwischen uns beiden ist. Und wenn mein Sohn ein Curry kocht, dann tue ich das Hühner vielleicht zur Seite, aber ich esse trotzdem aus diesem Soßentopf, weil das ein so unheimlich schöner sozialer Akt ist. Aber ich selber koche vegan und ernähre mich vegan. Der Tourkoch hat sich jetzt inzwischen auch dran gewöhnt, der hat es zu Anfang nicht geschätzt. Aber ich will, dass jeder das so für sich macht, aber ich möchte gerne mit Menschen da in den Dialog drüber kommen. Wenn ich dich einlade und einen Kuchen backe, dann ist da kein Ei drin, weil ich ja dann weiß, dass du vegan dich ernährst und dementsprechend würde ich darauf verzichten. Ja, und das finde ich schön und man muss auch zulassen, dass Dinge mir manchmal scheiße schmecken. Ich teste alle Produkte im Handel, die so vegane Ersatzdinger sind. Also ich esse ja gerne Fleisch, ich mag auch den Geschmack und es gibt inzwischen gute Ersatzprodukte. Aber es gibt auch einen Haufen Schrott, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt kommt es und es gibt so unglaublich viel Scheiße und ich habe zum Beispiel alle veganen Bratwürste ausprobiert. Und 99 Prozent davon, das ist wie Dachpappe. Das zerbröselt dir auf dem Grill, das fällt einfach um. Und dann habe ich jetzt eine gefunden und war wow. Und jetzt musst du auch mal gucken, wie spannend das ist. Ich poste das, ich kriege da kein Geld von dieser Firma oder irgendwas, die Firma wusste nicht mehr. Ich fand das einfach lecker. Und habe das gepostet und gesagt, Leute, ich habe eine vegane Bratwurst gefunden. Guckt euch, das ist echt geil. Ey, weißt du, was da los ist? Da sofort geht eine militante Diskussion los. Ich esse aber Fleisch. Ich habe doch gar nicht gesagt, du sollst kein Fleisch essen. Ich habe nur gesagt, mir hat das sehr geschmeckt einfach. Es ist echt ein krasses Thema. Also wirklich, das emotionalisiert viele Leute. Woran erkennst du einen Veganer? Er sagt es dir. Ja. Tatsächlich ist es so, ne? Das ist oft so, ne? Das ist wirklich oft so, weil es natürlich auch oft so diese Geisteshaltung dahinter ist. Die möchten dann gerne was verändern. Und natürlich war es bei mir sehr schnell publik. Weil, klar, finde ich auch nicht schlimm. Ich finde auch nicht schlimm, wenn Menschen darüber reden. Aber ich möchte damit nicht genervt werden. Ich so. Fertig. Also wir können über alles reden. Es kann mir auch jemand erzählen, dass er Jäger ist. Ich habe da eine andere Haltung dazu. Ich verstehe nicht, warum er ein Freizeitjäger sein darf. Aber er darf trotzdem mit mir darüber reden. Und ich werde den nicht schütteln dafür. Aber wir können darüber sprechen. Ich stehe dazu, dass ich Fleisch esse. Einverstanden. Achte allerdings auf Qualität. Ja, weißt du, aber wenn wir jetzt eine ernste Diskussion darüber führen und wir beide gehen mal in einen bioverarbeitenden Betrieb und du bist beim Schlachtungsprozess dabei, dann wird das auch schon anders. Also das Tier dann selber kalt zu machen, ist auch schon nochmal eine andere Nummer. Das könnte ich nicht. So, und jetzt sind wir im Thema. Aber ich will mit dir die Diskussion gar nicht führen. Weil ich finde immer schlimm, und das ist ja echt ein Gesellschaftsthema, dass es so Themen gibt, die spalten plötzlich Familien und Freunde. Weißt du? Der wählt das, der wählt das. Fuck, wir haben ein Problem. Diese Cancel-Culture, dass Leute nicht mehr aushalten, dass man anderer Meinung ist. Es dürfen keine Fehler mal gemacht werden. Jemand sagt was Blödes und sofort, entweder ist er sofort Nazi oder er ist sofort militanter Veganer oder, oder, oder. Es gibt keine Grautöne mehr. Und deshalb ist es zum Beispiel für mich absolut fein, dass mein ältester Sohn nach wie vor Fleisch futtert. Ich würde doch nie auf die Idee kommen, den jetzt weniger gern zu haben, ihn zu diffamieren. Und wenn wir beide zusammen grillen, finden wir jeder etwas. Dann kann ich völlig entspannt dein Grillfleisch mitgrillen und kriege da keine Sinnkrise darüber. Und ich grille für dich ein paar Paprikaschoten, weißt du, das ist alles in Ordnung. So ist es. Ich folge ja dir bei Instagram, habe ich ja schon mehrfach erzählt. Weißt du, wie du in deine Posts immer einsteigst? So Leute, wahrscheinlich, oder? So Leute, wenn ich drehen würde, würde ich wahrscheinlich hier reingucken. So Leute, die Kampagne Adoptieren statt Produzieren. So Leute, wir sitzen nach der Show in Cottbus. So Leute, ich muss mal Danke sagen. So Leute, ihr habt ja immer... So Leute, die meisten von euch haben es mitbekommen. So Leute, Urlaub habt ihr ja mitbekommen. Oh Mann, ey, ist das schon ein Tick wahrscheinlich, ne? Ist mir aufgefallen, ich denke, okay, habe ich den Post schon gesehen, weil er sagt immer so Leute, aber es ist wiedererkennungswert. So Leute? Ja, ich habe das geahnt, dass das jetzt kommt, weil von Menschen, die mir sehr nahe stehen, schon als Gag das immer höre. Es kann also durchaus passieren, dass jemand aus meiner Familie am Tisch aufsteht und sagt, so Leute, und genau das gleiche mit legt euch wieder hin. Ja. Und dieses, dass ich immer mit jemandem, den ich mag, das würde ich jetzt nicht mit jemandem, den ich nicht kenne oder so, ne? Aber es kann durchaus passieren, dass ich um 13 Uhr im Büro anrufe und nach dem Telefonat sage, leg dich wieder hin. Und es ist irgendwie eine Marotte, aber ja. Ich finde das schön. So Leute ist so ein Wiedererkennungswert, weißt du? So Leute. So Leute, wir sind fast am Ende dieses Gesprächs, aber wir müssen noch kurz über die Tour reden, weil die ist natürlich wieder spannend. Du bist ja 150 Tage im Jahr ungefähr gefühlt unterwegs, ne? Ja, mit Dreharbeiten und so kommt es darauf hin. Krass. Die Tournee ist immer so zwei Jahre und wir spielen 180 Shows. Brandenburg ist ein bisschen schlecht weggekommen, also Potsdam ist ja ausgefallen. Ja. Die Metropolishalle hat beherbergt ja im Augenblick Flüchtlinge. Und ich finde es auch gut und nachvollziehbar. Dementsprechend ist der Termin weggefallen, aber wir haben ja Ersatztermine, wir haben ja Möglichkeiten. Also auch alle Potsdamer, die hier nicht gehen konnten, oder Brandenburger, können nach Berlin. Woll. Ja, 17. Februar, Mercedes-Benz Arena. Ja. Da gibt es noch diverse Plätze, die zu besetzen wären. Ansonsten sind wir ja auch Dezember am 11. in der Stadthalle Cottbus. Und es gibt ja auch noch andere Städte, weil ich habe nämlich von deinem Management nochmal ganz kurz eine WhatsApp bekommen mit den aktuellen Tourterminen. Da kann ich ja mal gucken, was der Timo uns da geschrieben hat, der mich immer mit allem versorgt. Also für alle Leute, die hier in den fünf Ostländern wohnen, die können nach Jena, Zwickau, Leipzig, Dresden, Erfurt, Magdeburg, Berlin, Cottbus. Und für Brandenburger kann man schnell mal nach Dresden, und so weiter, ist gar kein Problem. Et jetzt, Leipzig ist auch kein Problem. Also wenn man Martin Rütter live erleben möchte, dann kann man Martin Rütter live erleben mit der Wilder nur spielen. Und ich habe ja tatsächlich zu der Region eine besondere Verbindung. Weil wir uns kennen und ich von hier bin. Das erst mal, weil wir, das ist ja echt krass. Und das weißt du ja auch selber, das ist ja, ich gebe viele Interviews, aber wir hatten ja sofort so ein Match irgendwie. Das hat sofort funktioniert. Und deshalb schreiben wir uns auch manchmal eine WhatsApp und so. Ich rücke ja ungern die Handynummer raus und so. Bei mir ist sie sicher. Ja, das weiß ich auch. Das ist genau das. Das war von der ersten Sekunde an klar, das ist Safe Space. Also wir würden auch, außerhalb des Berufs hätten wir funktioniert. Und es ist total klar, dass man hier offen sein kann. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir starten ein Tournee immer in Cottbus, wo alle immer fragen, hey, wer bist da in Köln, warum Cottbus? Ich kann es dir nicht ersagen. Wir haben einmal da die Tour gestartet, es hat super funktioniert, ist ein bisschen Aberglaube. Und zu Berlin habe ich deshalb die Beziehung, das erste Programm, was aufgezeichnet wurde, hieß damals Hund Deutsch, Deutsch Hund. Da war ich gewöhnt, vor 600 Leuten zu sprechen. Und dann war das noch nichts mit großer Rock'n'Roll und so. Das war schon cool, aber das hatte noch nichts mit Riesenshow zu tun. Und dann hieß es ja immer, wir zeichnen das auf im Tempodrom. Aber ich dachte, ja klar, warum nicht? Ich habe gar keine Ahnung davon, ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir auf jeden Fall. Da passen dreieinhalb rein, oder? Da passten so mit unserer Bühne 3000 Leute rein, da gibt es ein Video von, da komme ich mit dem Alex, mit meinem engsten Kumpel in die Halle rein und da wird gerade fünf Tage lang irgendwie alles aufgebaut und ich kam da rein und ich gucke wirklich wie ein kleiner Junge so hoch und drehe mich im Kreis und denke, was eine fette Bude. Ach du Scheiße, was habe ich da getan? Und es war auch für mich so. Also die Aufzeichnung war so schwierig für mich, im Sinne von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die vielen Leute, acht Kameras, wie mache ich das? So, pass auf, und dann passiert Folgendes. Zwei Jahre auf Tour, habe mich dann gewöhnt, 2000 Leute, ey, das ist für mich ganz easy und so. Und dann beim nächsten Programm, ich glaube, der tut nichts, hieß, ey, weißt du was, wir haben ja jetzt so fette Zahlen, Mercedes-Benz Arena. Damals hieß die, glaube ich, noch Roadtour oder so. Ich wieder, wie klein doof, klar, natürlich. Und dann kam ich da rein und gesagt, euer Ernst, ich wusste gar nicht, was das ist. Kam ich, ja, hab gesagt, ihr habt geknackt oder was. Und dann hatten wir da, weiß ich nicht, 10.000 Leute da in der Bude. Und das war, das ist so meine Assoziation Berlin, weil das so zwei ganz dicke Meilensteine für mich waren. Also zweimal so dieses, ich merke mit der Karriere, buf, passiert hier gerade was. Und dann kann der Berliner ja auch schon mal sein, so, ey, guck mir das mal an. Mal gegen, was der Rütter so abliefert. Mal gegen, was der kann. Und das war jetzt nicht so Liebe auf den ersten Blick, muss man sagen. Also ich musste mir das dann wirklich auch an dem Abend erkämpfen. Und dann ist es aber geschwappt. Und dann ist es jetzt inzwischen wirklich Liebe. Siehste, ein gemeinsamer guter Bekannter von uns beiden, nämlich Paul Panzer, spielt auch immer in Cottbus, weil er die Halle auch so schön findet. Ja, es ist auch toll. Und Paul, entschuldige ich, ich unterbreche, aber Paul ist im Osten ein Megastar. Also ich kriege so mit Ach und Krach voll, er viermal ausverkauft. Also das ist wirklich totaler Popstar. Ich liebe euch beide, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Paulchen ist wirklich auch da wieder. Man begegnet ja auch im Beruf, man begegnet ja vielen Prominenten, hat mit denen viel zu tun und so. Und der Paul und ich haben auch von Sekunde eins an total gematcht und ist wirklich der Einzige aus dem öffentlichen Leben, mit dem ich wirklich regelmäßig engen privaten Kontakt habe. Und ihr schickt auch regelmäßig euch WhatsAppen hin und her und macht euch gegenseitig fertig. Und das ist so ein kleiner Wettbewerb, so ein Battle, was ich total schön finde. Total. Nee, aber ich glaube, dass so was, was uns wirklich verbindet, ist so diese Distanz zu dem Beruf. Dass wir uns beide wirklich privat unglaublich gerne nicht als öffentliche Person wahrnehmen und wahnsinnig gerne so unser Ding machen und es fast ein bisschen komisch finden, wenn jemand sagt, boah, guck mal, da ist der Rütter oder da ist der, ist der Paul Panzer. Das verbindet uns, glaube ich, sehr, dass wir Familienmenschen sind, dass wir Lust haben, auch gute Laune zu haben, aber trotzdem so ein bisschen unter dem Radar fliegen wollen. Was nicht möglich ist. Ihr seid leider die Superstars auf eurem Gebiet. Ja, weiß ich nicht. Du der mit den Hunden und er der mit der Comedy. Ja, und Paul hat natürlich, wenn wir vorhin über Partys geredet haben, also ich sag mal so, mit Paul kann eine Party schon mal wirklich Gas geben. Entarten. Total. Wirklich schön und wie man erlebt mit ihm. Lieber Martin, ich sehe, dass du schon zur Uhr guckst und ich habe aber so viele Themen heute noch nicht angesprochen. und ich habe nur so viele Fragen, also du musst einfach wiederkommen. Wenn jetzt nicht wieder Corona dazwischen kommt, könnten wir uns in einem kürzeren Abstand hier wieder in diesem Stück. Ich bitte darum. Ich bitte darum. Aber du brauchst jetzt nicht zu sagen, wir treffen uns sechsmal die Woche und wir nennen es Morningshow. Schade, schade. Das hätten wir jetzt mal, fünfmal hätte auch gereicht. Montag bis Freitagmorgen. Da musst du schon mal Namen ausdenken. So weit international als MJ. Genau. Martin und Jens. Jam. Rütter on Air. Jens. Featuring Jens Hermann. Sehr lustig. Ne, wir müssen irgendwann, da muss ein Hund mit eingebaut werden. Das Wort Welpe sollte drin vorkommen oder die Unvermittelbaren in der Morgensendung. Wir beide sind die Unvermittelbaren. Die will keiner haben. Ich habe vor kurzem ein Interview gegeben für Prominent mit Laura Dahm. Und dann wollte sie danach noch so einen Aufsager für Instagram machen. Und sie hatte mir Off-Records erzählt, dass sie sozusagen offen für eine neue Partnerschaft wäre. Und das ist auch kein Geheimnis, weil ich es dann ja on-cam rausgeknüppelt habe. Und dann hat sie gesagt, ja komm, wir machen so einen Aufruf. Und macht das Handy und sagt, was sagen wir denn jetzt? So, jetzt hier, ja, hier, Laura Dahm, die Unvermittelbare. Und hab dann sie als unvermittelbar dargestellt. Und dann war sie erst so ein bisschen, öh, und dann haben wir es aber auch so gelassen. Auch wirklich tolle Kollegin, muss man echt sagen. Aber ich glaube, sie wollte sich vermitteln an dieser Stelle bei dir. Nein, 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 nein. Das war kein Martin, ich liebe dich, überhaupt nicht. Martin, ich bin offen für eine neue Partnerschaft. Nein, 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 nein. Also wenn du irgendwann mal Bedarf hast, hier ist meine Nummer. Nein, 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 nein. Liebe Laura. Nein, genau, die Gerüchte können wir jetzt streiten. Nein, 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 nein. Liebe Laura, es ist nichts wahr. Nein. Wir haben einfach nur ein bisschen, ja, wir haben einfach nur ein bisschen Blödsinn geredet. Und wir machen nächstes Mal, wenn du wiederkommst, auch wieder Quatsch, oder? Ich bitte darum, anders geht das auch gar nicht. Es ist schon alles ernst genug. So ist es. Ich wünsche dir ein schönes Restjahr 2023. Dir auch. Ich weiß, dass du nochmal in diesem Jahr vorbeikommst. Und zwar Heiligabend zur großen Weihnachtsshow. Das hast du mir versprochen. Das darfst du jetzt auch nicht mehr canceln. Ich würde mich niemals trauen, das zu tun. Kommst du? Heiligabend? Ja. Mir wurde hier ein veganer Christstuhl in Zuge. Natürlich. Wenn schon, denn schon. Ja, dann ran. Ihr Lieben, bei mir war Martin Rütter in diesem ausführlichen Podcast. 24.12. bei BB-Radio in der Ex-Sagen-Weihnachtsshow ist er auch wieder da. Und 2024 haben wir ihn jetzt gerade festgenagelt auf mindestens einen Termin. So machen wir das. Machen wir es so? Ja. Bleib schön gesund, mein Lieber. Es war wieder ein Fest mit dir. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Es ist wirklich immer schön bei dir. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neuste Podcast. BB-Radio.